Eigentlich die Startzeit ist. So, hier in dem unterm Dach hier, wo ich gerade bin, sind so 27 Grad. Ich habe gerade mit der Latte angemacht, um noch ein bisschen runter zu kühlen, von draußen die Luft reinholen. Und ich habe mich gerade voll gefressen, damit ich lange durchhalte ohne Hunger. Beides wirkt aber jetzt, dass ich müde werde. Das heißt, ich habe mir auch noch Kaffee gemacht. Und dann kommt noch die Nervosität dazu, durch Streamen. Und dann kann es ja gut losgehen werden. Oh ja, bist du nervös, wenn du Streamen tust? Beim Streamen eher als beim Aufnehmen, weil beim Aufnehmen kann ich da wieder Stop drücken und nochmal neu anfangen. Beim Streamen, wenn es gesagt ist, ist es gesagt, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Na, mal gucken, hey. Hauptsache, ich kriege ja nicht irgendein solcher Sprachkasper, sag ich mal. Ich habe ja, da bin ich relativ talentiert für, sag ich mal. Du meinst, einen restlichen Kasper hast du schon, Hauptsache nicht das Sprachkasper? Ich sage, Hauptsache, ich kriege keinen Sprachkasper. Ja, ja. So, ich habe jetzt drinstehen City Skylines als erstes. Na gut, jetzt sind es aber zwei hier. Oder bist du das selber? Ich bin im Chat drin, aber nicht... Achso, ne, weiß ich nicht, ob ich gezählt werde dort, wenn ich mein Preview in meinem Dashboard im Stream anhabe. Übrigens, wenn ich nach links gucke zu meinem Monitor, der das ganze Dashboard und das TS und mein Streamprogramm hat, hörst du mich nicht so laut, als wenn ich gerade zum Spiel gucke, wie jetzt zum Beispiel, weil ich dann genau aufs Mikro zugucke. Vermutlich. Naja, ist eigentlich logisch, die Scheiben gehen ja nicht in den Wanderersinn, soll ich mal. Soll ich nachher erwähnen im Stream, dass ich einen Kronbacher Ratter trinke? Nachher im Stream? Der Stream läuft jetzt schon, ist dick klar. Kassion kannst. Der Stream ist ja jetzt schon am Laufen, also du hast es ja schon erwähnt. Das heißt, ich ruf mal an und krieg mal ein bisschen Geld, ne? Ja, stimmt. So. Ich hab vorhin das aufgenommen wegen Video-Editing. Kann natürlich noch sein, dass du noch mehr wissen willst und so. Und umgedreht kann es auch sein, dass die Suppe da mehr wissen will wegen Bildbearbeitung. Ich hab beide Videos vorhin aufgenommen. Ich hab nur erstmal das erklärt, wie ich's mache, wie ich rangehe und noch ein paar Kleinigkeiten, die ich irgendwann mal eingestellt habe und jetzt einfach benutze, dass man die einfach vielleicht übernehmen kann oder so, wenn man ähnliche Videos machen will. Ja, ich denke mal, die richtigen Fragen, die werden dann später irgendwann auftauchen, wenn man mal selber das Video dann bearbeitet und sowas, weil so, ich hab ein bisschen Stand von Null. Also, da werden mir nicht die passenden Fragen einfallen, denke ich mal. Naja, grundlegend musst du erstmal Videoschnipsel haben und dann kannst du schon mit dem arbeiten, was ich gezeigt hab, wie man die Videoschnipsel reinmacht, wie man damit rumändert und was man mit den einzelnen Buttons da ändert, wie man an bestimmte Sachen rankommt. Was mir eingefallen ist, was ich nicht gezeigt hab, ist, dass man noch auf dem Videodateil rechtsklicken und Eigenschaften machen kann und dort noch ein bisschen was einstellen kann. Aber na gut, das kannst du dann mal gucken, wenn du selber da rum experimentieren willst. Also so ein bisschen wie bei Windows oder was, einfach rechtsklicken, Eigenschaften. Ja, da kann man, da gibt's dann noch da sagen, manche, man soll da dieses Resampling deaktivieren, einstellen und schnell und langsam laufen, hab ich auch nicht gezeigt. Das musste ich auch mal irgendwann mir suchen, aber hab ich jetzt nicht im Video. Guck dann erstmal Video und dann kann ich ja noch nachreichen, wenn noch irgendwas, viele Fragen sind. So, wir haben's jetzt, 58, 59, so relativ, das heißt, gleich müsste ich eigentlich auf was Sinnvolles umschalten. Ich meine, ich hab ja jetzt, man sieht ja schon meine Windows-Oberfläche, ich hab immer noch das Hintergrundbild geändert. Ich wollte mal wieder ein neues Bild suchen, aber das ist so cool mit den Schafen. Ja, ich find das auch cool, auch das mit dem Schmied. Ich meine, so die ganzen Arts von Stoneheart sind eigentlich ziemlich geil. Wie ist die Qualität? Lackt's irgendwie beim Streamen oder so, als ihr geguckt hattest? Äh, nee, also, ich seh ja nur ein Bild. Ansonsten hören tue ich dich ja nicht. Die Frage, ob du meine Mausbewegung sozusagen siehst. Ob du meine Mausbewegung siehst, wenn irgendwas passiert. So, jetzt wäre aktuell ja City Skylines im Stream angewählt und was ich davor hatte, hab ich ja erklärt. Im Video und ich weiß auch nicht, ob ich das im Stream-Ankündigungsvideo erklärt hab. Übrigens, wie findest du denn den Titel vom Stream? Celebrity Stream für nicht Errechte zu 100 YouTube-Abonnenten. Yay! Stimmt, das soll ja eigentliches Special sein. Naja, so ne Art. Ich hab eigentlich gedacht und gehofft, aber irgendwie war die Woche jetzt nicht so ergiebig von den Abonnenten her. Bei 193, oder? Kann das sein? 194, sagt der mir. Moment, wir können ja mal nachgucken. Na, gestern hatte ich hergeguckt, da waren es ja 193 noch, glaube ich weiß es auch nicht, so jenseit war. 194, sagt der mir hier. So, wer noch dazu gekommen. Ne, der war, na gut, YouTuber zeigt das sowieso nicht immer hundertprozentig genau. Er hat man ja gestern gesehen bei den Suchergebnissen. Mit 1360 und 1500 und, ja. Und schon meine Fail-Videos gesehen? Ich hab mal kurz reingeschild, sag ich mal, und in Part 1. Und mehr Zeit hatte ich aber leider nicht. Also bloß... Part 3 enthält zwei Videos, weil ich hatte da ursprünglich gedacht, ich hab nur drei Fails, aber ich hab dann nochmal bei der nächsten Aufnahmesession sozusagen, bevor ich jetzt neu angefangen hab, hab ich nochmal einen Versuch gemacht und den aufgenommen. Und da hab ich dann auch den kompletten Run eliminiert, das heißt gelöscht. Gesagt hier, ich gebe diesen Galactic War jetzt auf und hab ihn weggeschmissen und neu angefangen. Und die neue Version, die klappt dann besser. Soll ich ein Sneak Preview jetzt, wo gerade noch keiner da ist, geben? Wie der neue Run jetzt läuft? Ja, einer ist, glaube ich, da. Also bei mir werden drei Leute angezeigt. Naja, das kann durchaus sein. Der nächste Run ist dann richtig erfolgreich. Hallo und willkommen zu Planetary Anilation. Ja, wir sind ja gerade vor, äh, was würd ich jetzt sagen? Da hinten auf die Einheiten geschossen. Hier könnte man ein Sneak Preview kriegen, wie dann die nächste Season aussieht wird. Und tot. Wunderbar. Die nächste Season? Ja. Oder die nächste Folge? Die nächste Season. Das war die dritte Folge in der nächsten Season gerade. Achso. Sneak Preview, wie gesagt. Da war der ja noch in dem ersten Video von deinem Fail Season, wie gesagt hast, das ist die letzte. Deswegen hat es mich gerade überrascht. Ja, Urheberrechtshinweise sind jetzt keine mehr. Schade, ich dachte, ich kann das noch zeigen, wie damals das da stand, von wegen der Urheberrechtsverletzung und bla und ich muss warten. Aber das war ja dann jetzt vorbei wieder. Haben sie rausgenommen. So, jetzt wollen wir mal was spielen hier. Nicht ewig über irgendwelche anderen Sachen quatschen. Also machen wir erst mal City Skylines, oder wie? Dann kannst du noch essen oder keine Ahnung was machen oder willst du erst mal GTA oder wie machen wir es? Naja, wie gesagt, ich richte mich da nach dir und es ist dein Stream. Wann hast du wie viel Zeit, frage ich mal? Ich habe mir jetzt so bis Ultimo Zeit genommen, sage ich mal. Okay. Das ist komplett boogie. Ich mache mal nochmal einen Titel ändern. Ich mache mal City Skylines in GTA oben reinschreiben. Jups. Verschrieben. Das sieht man hier auf dem Monitor gerade gar nicht, was ich hier schreibe. Aber wie es der Zufall so will, Jester hatte ich ja noch gesagt, dass ich eventuell ein Viertel 6 erst komme und noch. Und heute habe ich eine Baustelle hier, genau um die Ecke. Ich hatte 5 Minuten, also konnte zu Fuß hingeben. Also wo? Okay. So, das müsste jetzt passen. Ist das jetzt richtig? So, Änderung gespeichert. So, jetzt wieder das Zeug anwählen, dass ich auch sehe, was hier passiert. So, ich gehe mal ganz kurz mit meinen Nase schnauben. Mhm. 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 So, jetzt wieder das. So, jetzt wieder. So, jetzt wieder. So, jetzt wieder. So, ähm, Spielladen. Ich würde einfach mal den letzten Spielstand nehmen. Ja, das müsste der gewesen sein. Neudorf-Stadthausen. So, wieder da. Schön, schön. Neudorf-Stadthausen. Hm, noch irgendwas? Ne. Wir laden einfach mal. Ich werde einfach mal bei City Skylines reingehen und dann schauen wir mal, ob wir irgendwas freigeschalten kriegen. Kaffee habe ich mir schon gegönnt oder eingegossen. Für mich passt es ja. Also man hört sich auch laut und deutlich und es ist auch nicht zu kraglich, sage ich. Mhm. So. Wie sah die Situation aus? Ich hatte hier gebaut, das war ja alles in der letzten Folge zu sehen. Ich habe ja seitdem noch nicht das Spiel geladen. Die ganzen Meckerköppe meckern alle nur ganz einzeln rum, das heißt, die interessieren mich gar nicht. Nicht genügend Käufer für Produkte und auf der anderen Seite werden, äh... Das ist auch interessant. Die Industrie regt sich auf, dass sie nicht genug Käufer für Produkte hat und die, äh, Gewerbetreibenden regen sich auf, dass sie nicht genug Produkte von der Industrie geliefert kriegen. Das hat alles nur mit, äh, ähm, mit dem Verkehr zu tun. Die kommen nicht rechtzeitig, äh, von Punkt A zu Punkt B. Naja, aber das irgendwann ist ja die Stadt so groß, dass das nicht geht. Was sollen sie machen? Kann ja nichts auch. Ja, deswegen musst du, musst du Autobahnen bauen und da fahren die auch schneller. Also, äh... Äh, fahren von außerhalb, über den Güterbahnhof rein oder... Aber der ist ja da und trotzdem regen die sich auf. Ich habe sogar einen Frachthafen da. Okay, der ist nicht ganz so nah dran, aber trotzdem. Stimmt, ich könnte zum Frachthafen eine Autobahn setzen. Zum Güterbahnhof und Frachthafen. Warte mal, das ist der Güterbahnhof, oder? Ja. Aber das mache ich dann erst wieder im Dingens. Jetzt wollen wir ja nur freischalten jetzt. Äh, das wird ja eh wahrscheinlich ein Backschmeiß-Run jetzt. Oder... Backschmeiß-Effort. So, Industriegebiet mit 30.000 Quadratmet... äh, Quadraten gebaut. Okay. Kannst du mal versuchen, den Seeler zu pumpen. Was ich dir mal schon mal geschrieben hatte bei unserem Video. Ja, aber schalten wir damit was frei? Nö. Na dann... Auch wenn es jetzt so wegschmeißen ist, sag ich mal. Mhm. Das können wir dann am Ende machen, wenn wir mal alles freigeschalten haben und nichts mehr zu tun haben. Füllen Sie sieben Instranzen von Friedhöfen. Die sind wir ja gerade weit auf dem Weg. Wir haben ja drei bisher gefüllt. Ähm... Das haben wir... Das haben wir... Oh, hier haben wir noch was freigeschalten, was ich gar nicht weiß. Offizieller Park. Interessant. Oh! Wir sind... Wöchentliche Bildungseisgaben. 19.660 von 20.000. Ah, ganz knapp davor. Das heißt, wir bauen noch eh eine Schule oder so ein Mist. Wir bauen ja eh Grundschulen. Und dann... Müsste das reichen, hoffentlich. Äh, hier irgendwo. Hier. Viel Spaß. Jetzt müssen wir freigeschalten haben, richtig? Aktualisiert noch nicht. Hallo. Hier ist eine Grundschule, die... Ach so, 160 kostet die noch. Ach. Das finde ich bei dir so krass. Ich habe... Bei meiner Stadt, ähm... Da habe ich... Hatte ich ja mal, glaube ich, schon erzählt. Ähm... Obwohl ich Kapazität für 2 Millionen habe oder sowas. Also... Ich kriege die einfach nicht rein in die Schule. Mhm. So, Grundschulen, alle an. Aquarium, zählt das als Bildungsausgaben? So, Aquarium und Kathedrale des Wohlstands lasse ich aus, weil die kosten zu viel, wenn ich sie jetzt anschalte. Ähm... Opernhaus ist auch abgeschalten. Ja. Und? 19.925. Du willst mir doch Müll gerade erzählen, oder? Dann gehen wir mal hier ins Budget rein und erhöhen die Bildungsausgaben. Hier steht aber 20.685. Das widerspricht sich gerade. Erkläre mir einer das. Einer der weisen Wissenschaftler dieser Welt. Zeitverzögert? Zeigt mir das das an von der letzten Woche, oder was? Geht auch noch. Wir haben ja sogar 21.000. Interessant. Ich werde mal kurz hier ein bisschen hochdrehen. Jetzt hat er es erreicht. Okay. So, was haben wir hier? Sieben Instanzen von Universitäten. Ich habe gehört, wir wollen die Stadt versauen und brauchen Bildungsausgaben. Ich werde mal das Gehalt wieder runterdrehen. Ne, ich werde erst die Universitäten bauen. Sieben Stück, haben wir gesagt. Die muss ich dann allerdings wieder zumachen oder wegreißen. Hier eine Uni, hier eine Uni. Jetzt habe ich vier, fünf, sechs. Das müsste die siebte sein, richtig? Komm, hier irgendwo musst du hinpassen, oder? Ohne, dass du was wegreißt. Dann mache ich es halt hier rein. So, es müssen jetzt sieben Universitäten sein. Ja. Für zehn Wochen muss ich die haben. Interessant. Wir haben auch noch keine Woche geschafft. Ich muss die Zeit mal schneller drehen. Was ist hier? 300 städtische Dienstleistungsgebäude. Was sind denn die billigsten städtischen Dienstleistungsgebäude? Ich glaube, Wasserpumpen oder so ein Mist, ne? Ja, und Parks eigentlich, oder? Parks. Parks ist auch für 80. Das ist eigentlich auch relativ billig. Acht Cent pro Woche. Hier, dann mache ich euch mal alle ganz happy. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt will sie wieder auf den Namen Parkstraße kommen. Wenn hier nur Parks an der Straße sind. So, jetzt müssten wir bei 268 sein, richtig? Oder hat er die noch nicht akzeptiert? Ich vermute, die zählen nicht. Weil er zeigt immer noch 260 an. Hm. Also, die akzeptiert er nicht. Dann müsst ihr wieder auf eure Parks verzichten. Ich meine, wir können ja einen da lassen. Okay, dann musst du doch ein paar Pumpen setzen. Mhm. Ich glaube, wir wollten ja eh das Wasser auspumpen, habe ich gehört, aus dem See. Dann haben wir doch nochmal einen Grund dafür. Eins, zwei, drei, vier. Eins, fünf, sechs. Ich weiß, ich muss die alle noch verbinden. Sieben, acht, neun, zehn, elf. Zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Einundzwanzig. Zwanzig. 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 Fünfundzwanzig. Sechsundzwanzig. Zwanzig. Vanzig. Neunundzwanzig. Dreißig. Jetzt verbinden wir erstmal die alle. Achso, der verbindet mich wegen hier dem. Von oben schauen, da sieht man mehr. Ich will den See nicht mehr sehen, ich muss den leer pumpen. Es gibt auch eine Map, da hat jemand den See in zwei Hälften geteilt und dann auch da drinnen eine Stadt gebaut. Wenn man zu viel Zeit hat, ja, geht das. Sieht relativ witzig aus. Und unsere Ausgaben sind mal schnell um 16.000 gestiegen, sehr schön. Und, oh, jetzt haben wir hier eine Strömung, guck dir das mal an. Gottes Willen! Durch die Wasserpumpen. Ja, eine Wasserpumpe zieht ja 100.000 oder sowas Kubik. Aber sieht doch auch aus. Die Welle, die jetzt im Kreis geht im See. Heftig. Der hat die Straße gerade überflutet. Ach du heilige Wurstkuh. Und das dreht sich jetzt einmal eine Runde rum. Du leidest an Überschwemmung, genau. Du auch. Du noch nicht, aber jeden Moment. Überschwemmung! Oh Gott! Jetzt ist hier auf Staudamm gar nichts mehr. Wenn wir keine Pumpe setzen mitten auf dem Land, das geht denn. Damit die Pfütze weggehen. Was ist das? Jetzt kann ich hier eine Pumpe bauen? Du könntest theoretisch jetzt sogar Wasser aus einer Pumpe bauen. Ja, stimmt! Ich mach mal noch Zähne. Hilfe! Jetzt schwappst du doch bestimmt gleich über den Staudamm drüber weg, oder? Kann das sein? Zehn, elf haben wir jetzt. Na gut. Das war kurz geschwappt, aber ich weiß nicht, ob es rüber geschwappt ist. Es dreht sich jetzt im Kreis, die Welle. Das ist interessant. Ich hätte die Welle höher drehen sollen, glaube ich. So. Hm. Das Wasser ist weg. Pumpen, die auf dem Land rumstehen. Super. Du, deine Stadt, die hat auch ganz schön was abgekriegt. Ach, das bissl. Die Menschen hier hinten, die Ecke? Ach, die zwei Häuser, die sich da aufregen. Was ist mit euch allen los hier? Äh, kranke Bürger. Ähm. Den Bürgern ist übel. Habe ich das jetzt freigeschalten? Wenigstens ja, habe ich. Gut. Gut, dann schalte ich mal wieder alles hier ab oder töte es. Ich habe gerade minus 11.000 Ausgaben. Minus 13.000. Oh, vielleicht, ja, weil die ganzen Gebäude alle überschwemmt sind. Alles normal hier, gehört alles dazu. So. Ist nicht mehr ganz so eine Flutwelle, hoffe ich, aber wir müssen ein Kabel neu setzen, sehe ich gerade. Oh Gott. Da steht irgendein Bus oder sowas Gebäude in Flammen. Müllverbrennungsanlage steht in Flammen. Strengt euch mal an hier. Kann ich sein. Soll ich hier spontane Feuerwehr daneben stellen? Oder erzeugst noch eine Flutwelle? Mhm. Die bis da rüber reicht. Ja, könnte man auch machen. Oh, da sind aber deine ganzen Mitbürger. Die sind alle krank. Mhm. Oder die haben ein Problem mit dem Friedhof. Jetzt sind sie alle tot. Ist mir auch aufgefallen. Sind hier alle tot? Ein verstorbener muss abtransportiert werden. Ja, bestimmt weil der Friedhof, weil der jetzt voll ist, ne? Ne, der ist noch nicht voll. 860 von 3000. 870. Geht gerade rapide hoch, aber ist noch nicht voll. In der Oberschule muss ein verstorbener abtransportiert werden. Die ganze Stadt ist tot. Ja, und dein Zentrum auch? Oder? Oh na ja, dann sterben sie halt alle. Oder die sind jetzt durch die Überflutung alle ertrunken. Das kann sein. Ich muss die Steuern hochdrehen, dann regen sie sich nicht mehr deswegen auf. Ja, stimmt. Äh, wir machen mal einfach noch ein großes Krankenhaus hier irgendwo hin. Damit die nicht so rumheulen. So. So. Strengt euch an. Ihr wisst wo ihr hin müsst. Ich habe gerade einen Haufen Sonderausgaben. Ich kann mal jetzt die Unis wieder alle zumachen. Ach nee, warte mal, haben wir noch schon die 10 Wochen erreicht? Lassen wir mal wieder nachgucken. Und das haben wir erreicht? Genau. Und das haben wir erreicht? Gut. Das heißt, jetzt kann ich die Unis wieder zumachen? Schrägstrich wegreißen. Wie viele Unis haben wir jetzt noch? Eins, zwei... Zwei Unis. Müssten reichen. Ja. So, jetzt das Budget noch ein bisschen runterdrehen für die ganzen Schulsachen. So, schauen wir mal, ob das reicht. Die ganze Stadt ist tot. Warum das? Habe ich irgendwas eingepumpt, was die alle getötet hat? Ich bin nur noch bei 70.000 Einwohnern. Ähm. Keine Ahnung, was da jetzt gerade los ist. Gebäude in dicht besiedelten Wohngebiet und nur von 16 Haushalte. Die ganze Stadt ist tot. Hallo? Wollt ihr mich gerade verarschen? Ja, aber doch gleich dann die... noch ein paar zusätzliche Friedhöfe. Vielleicht kriegst du die dann auch schneller voll. Und du musst die ja jetzt irgendwie alle abtransportieren. Ja, ja, ich wüsste schon, was du meinst. Die sind... Warum sind die alle gestorben? Das würde ich gerne erstmal wissen. Die toten People sind alle happy, weil jetzt Friedhöfe da sind oder was? Oh mein Gott. Aber jedes Mal, wenn ich streame, das Spiel, sterben erstmal alle Leute, oder? Ja. Ich habe jetzt 60... mehr als 60.000 Leute verloren. Sag ich mal. Aber das kann doch nicht so eine kleine Flutwelle sein, wenn die jetzt so viele Leute tötet, oder? Das verstehe ich nicht ganz. Naja, ich wüsste bloß, wenn man Dreckwasser in... in... Ja, das wüsste ich auch. ...pumpt, dass das... enorme Auswirkungen hat, aber... Könnte das sein, dass das... weil das die Müllanlagen, Müllverbrennungsanlagen überflutet hat, dass das sozusagen den See versaut hat? Das könnte eventuell sein, ja. Stimmt, den hast du direkt abgepumpt, da auf dem Land. Aha. Das wäre natürlich krass. Äh, ich bin jetzt unsicher. Wo sind jetzt unterbrochene Stromnetze? Warum hält denn der jetzt rum? Sind doch alle verbunden. Schau, am besten nochmal in die Wasserkarte rein, dass du die Strömungen siehst. Äh, wie sieht man denn die noch? Dass vielleicht irgendwo noch Wasser ist, oder so. Genau. So. Äh, die Wasserkarte. Nicht Stromskarte. Ich bin jetzt gerade drin in der Wasserkarte. Das siehst du noch nicht. Bis ein paar Sekunden später dran. Achso, ja. Ja, sorry. Ähm. Es sind nur noch minus 198 Einwohner pro Woche. Hier ist alles sauberes Wasser, so wie es aussieht. Das heißt, es hat sich jetzt gefangen. Vermutlich. Oder nicht, dass du da in die... Dreckfluss da irgendwie aus Versehen eine Pumpe hingesetzt hast. Vor der Aufnahme oder so. Nee. Stimmt. Hier ist eine Wasserpumpenstation wie so ein Diss. Wieso habe ich da eine Wasserpumpe hingesetzt? Habe ich da letztes Mal eine Pumpe anstatt eine Abfluss-Einrichtung hingesetzt? Kein Wunder. Warum war denn da eine Pumpe und keine Abwasserpumpe? Du hattest recht. Ich wollte Abwasser und nicht Zuwasser hin. Sag mir das doch mal bei meiner City Skylines Folge, Mensch. Sorry, ich konnte deine Videos nicht gucken. Die dazu da auch. Besser. Ja. Ist ja schrecklich. So, also wissen wir zumindest, was alles getötet hat. Arbeitermangel. Ist klar, ne? Also... Ich habe gerade... Ne, eigentlich deine Brücke... Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. 70.000 Leute verloren. Was macht... Was macht meine was? Was macht deine Brücke eigentlich ins Nichts? Sind da oben da hinten schon ein paar Leute rum? Ich glaube, die fahren nicht mal dahinter. Wenn, dann hängen die sich hier vorne am Anfang der Brücke auf. Und kommen nie wieder weg. Außer die sterben. Durch das dreckige Wasser. Hier so stehen Autos, die schon ewig hier stehen. Verwirrt. Genau. Jetzt war es verwirrt. Jetzt ist das Auto verschwunden. Hä? Wie geil. Auf Besuch Krankenhaus. Arbeitslos zu Hause. Heist nach Heimwerkermarkt. Ich glaube ja nicht. Verwirrt. Der ist verwirrt. Also verwirrt ist ein guter Ausdruck. In Oberschule verwirrt. Oh, Mann. Heftig. In Oberschule verwirrt. Was bist du? Geht nach Neptun Medienmarkt. Mega Einkaufszentrum. Geringer Bodenrichtwert. Kriegen wir jetzt langsam wieder Bevölkerung? Boah, wir machen hoffen Geld Minus. Hauptsache, die ist jetzt deswegen nicht pleite. Das könnte eine Gefahr jetzt sein. Ich muss mal ein bisschen was runterdrehen. Muss echt vorsichtig sein gerade. Ich habe mal alles mögliche runtergedreht. Und jetzt muss ich überprüfen, ob noch irgendwo viel da ist. Strom ist noch zu viel da. Allerdings kann sein, dass nicht mehr alle Verbindungen sein, weil verlassene Gebäude da sind. Könnte das durchaus sein, dass da irgendwas abgetrennt ist. Oh, hier sind neue Gebäude entstanden. Hm, jetzt machen wir noch 15.000 Minus. Okay, wir fangen uns langsam. Trotz der ganzen Toten. Aber die 80.000 fehlenden Leute sind, äh, 70.000 fehlenden Leute sind ein bisschen problematisch auf lange Sicht. Vermute ich mal. Da habe ich da normale Zuwasserpumpen anstatt Abwasserpumpen hingesetzt. Wie besoffen muss ich denn gewesen sein, als ich das aufgenommen habe? Ja, aus Versehen, verklinkt, passiert. Ja. Bist ja auch immer ein bisschen beschäftigt mit dem Sprechen und so. Ja, das ist richtig. Hm. Warte mal, was hast du gesagt hier? Äh, herzlichen Glückwunsch an uns alle. Ich freue mich heranzugeben, dass unsere Stadt den Preis attraktivste Stadt gewonnen hat. Glücklicher Bürgermeister. Du, dir ist klar, dass hier gerade ungefähr 80% der Stadt verlassen sind. Komischer Typ, der du das geschrieben hast. Wie geht's eigentlich bei deinem Geschäft? Was, wie geht's deinem Geschäft? Ich weiß nicht, das muss wahrscheinlich jetzt auch schon leer sein. Müssen wir mal gucken, wenn ich gerade nicht hier so eine versaute Karte spiele. Äh, Bio-Supermarkt, edle Boutique-Supermarkt. Ich würde lachen, wenn beide, äh, alles, äh, all die verlassenen Gebäude sind. Nur die hier, sie stehen noch. Ich habe so das Gefühl, deine Läden stehen nicht mehr. Also zumindest der eine. Wo hat man den anderen? Im Zentrum irgendwo, ne? Im Zentrum war einer. Ich weiß noch nicht wo. Firma, Mega-Einkaufszentrum, viel Outlet, Einkaufen bis zum Umfallen, Neptun-Medienmarkt, Gigastore. Äh, ich glaube, deine Läden existieren nicht mehr. Wobei die ja im normalen Speicherstand noch existieren müssten. Da, da war einer, da war einer. Und der lebt noch. Der ist maximale Stufe. Zachoraks-Großtier-Mutation. Yeah. Also du hast noch einen Laden da. Ich dachte, ich habe das Bagot. Ey, du hast 16 hochgebildete Leute da arbeiten und vier gutgebildete. Der geht jetzt wunderbar scheinbar. Wir machen immer noch 13.000 Minus. Das gefällt mir nicht. Zieht mal wieder alle hierher oder ich muss wieder einen anderen Speicherstand laden. Wenn ich jetzt im Spiel lade, müssten ja noch die Sachen, die freigeschalten wurden, freigeschalten sein, ne? Eigentlich schon, ja. Ich glaube. Gut, Gewerbegebiet mit 15.000 Quadratmetern. Sieben Instanzen von Friedhöfen müssten ja jetzt eigentlich gut gefüllt werden, aber irgendwie nicht. Industriegebiet mit 30.000 Quadratmetern. 15.000 Kinder in der Schule passt auch nicht mehr. Was haben wir hier noch? 50% der Bevölkerung hochgebildet. Warum haben jetzt die, die hier überlebt haben, sind die nicht hochgebildet? Das finde ich jetzt Mist. Ich muss... Ja, weil sie jetzt alle neu wieder einziehen, ne? Schulen setzen. Bitte alle Bildung machen. Bitte alle Bildung mit Löffeln fressen. Dann passt das. Wo sind noch ungebildete? Dann mache ich jetzt noch das hier freischalten und dann werde ich mal das Spiel laden, weil das ist jetzt ein bisschen sehr versaut. Durch die wenigen Leute. Aber wenige Leute lassen sich halt besser bilden. Deswegen will ich es jetzt noch so weit zumindest kriegen. Moment, was sagte das Monument? 50% der Bevölkerung hochgebildet. Okay, also Richtung Uni. Ja, dann mal 33%. Die Unis sind aber noch nicht ausgelassen. Nein, gut, dann setzen wir wieder eine neue Uni hin, ist klar. Oh, ich mache wieder ein Haufen Ausgaben. Ich muss vorsichtig sein. Oh, es ist wieder Leute. Um die Ausgaben zu decken. Es wird knapp, auf lange Sicht. Es wird gefährlich. Nennt man das Reihenhäuser? Wenn alle in einer Reihe stehen und genauso aussehen? Wahrscheinlich, ja. Die Farbe ist unterschiedlich. Ja, jeder hat ja einfach eine Geschmack. Also ein bisschen passend. Mhm. Sind alle direkt am Friedhof, da freuen sie sich bestimmt. Hier ist ein Krankenwagen gerade. So, dann werde ich mal ganz kurz beim Streamen was umstellen. Ich hoffe, der Stream läuft jetzt noch ordentlich. Moment. Dann ist alles zu laufen, ja. Meine Maus ist wo? Ach, hier. Das ist aktualisiert. Jetzt können wir wieder das und das aktivieren und zurück zum Spiel. Wo ist denn jetzt meine Kamera hin? Äh, 51.000, 10.000 Minus. Wir müssen noch Budget senken. Wasser und Strom haben wir noch genug. Da kann ich noch ein bisschen senken. Ähm. Budget. Gehen wir mal, solange so wenig Leute da sind, auf 75%. Und schauen wir mal, ob das reicht. Ich glaube, sogar Strom kann ich sogar noch weiter runter gehen. Ich versuche mal 50% und dann regele ich wieder hoch, falls es zu wenig ist. Müll lasse ich auf 80%. Gesundheit muss ich ganz oben lassen, weil das ist gefährlich. Feuer bei den leeren Gebäuden wird wahrscheinlich auch höher sein. Polizei werde ich auch mal runtersetzen. Ja, bei Strom hast du da nicht schon ein Atomkraftwerk gebaut? Ja. Da kannst du das, glaube ich, komplett runter regeln, ja. Ach so. So, öffentliche Verkehrsmittel. Ich werde mal Bahn, äh, ja. Zug, Schiff und Flugzeug ganz runter stellen. Äh, U-Bahn wird am besten genutzt, das heißt, das lasse ich so. Und Bus, äh, lasse ich ein bisschen tiefer, weil auch teilweise genutzt wird. Äh, Strom ist jetzt nicht genug. Okay, ich kann es nicht ganz runter stellen. Bitte wieder Strom hoch. Ein bisschen. Mach mal auf 60%. Wasser. Abwasser ist extrem schlecht, weil ich so viele Wasserpumpen habe, aber keine Abwasserpumpen habe. Ja, und du hast ja jetzt das Wasser komplett runter geregelt, ne? Mhm. Ich wollte ja gucken, ob das reicht, ob das jetzt passt. So, Müll. Sieht noch okay aus. Äh, Friedhofsauslastung soll ja irgendwann da sein. Krematorium. Klar. Äh, Gesundheitswesenverfügbarkeit ist okay, auch wenn es ganz knapp ist. Das heißt, der Verkehr wird einen Strich durch die Richtung machen. Naja, egal. Äh, Feuerwehrgefahr 20%, ist mir klar. Kriminalität ist extrem niedrig. Das ist alles wunderbar. Und das müsste eigentlich ja auch gehen. Ja, Happy People haben wir jetzt nicht mehr so sehr. Ah, jetzt hast du doch eine positive Bilanz. Mhm, ich sehe es gerade. Strom ist gerade so genug da. Wasser ist gerade so genug Abwasser da. Ich sollte einfach ein paar Wasserpumpen ausschalten, obwohl die so an den Seeleer pumpen, habe ich gehört. Hm. Ich schalte mal. Gibt es eine Schnelltaste fürs Ausschalten? Ich glaube nicht. Hast du den Chat vom Stream offen? Äh, ich kann jederzeit reingucken. Vorher bloß. Ich wollte nur wissen, weil bei mir ist da noch nichts passiert. Vielleicht hat ja jemand geschrieben und ich habe es nicht mitgekriegt oder so. Deswegen. Das sind aber auch vier Leute. Also sind noch zwei dazugekommen. Ja. Ja, die Bildung geht gerade wieder runter. Das ist ja doof. Oh, sieht das aus. Wahnsinn. Überall leere Gebäude, tote People und vor allem Happy People. Tote Happy People. Die Frage ist dann, ob dann auch bei solchen Gebäuden wie Müllverbrennung und Feuerwehr und so trotzdem noch genug Leute arbeiten sozusagen, damit dann auch Feuerwehr überall hinkommt und so. Das wäre noch eine Frage, was mich interessieren würde. Nee, das ist dann nicht so der Fall. Also wenn du, äh, ich glaube standardmäßig bei der Feuerwehr hast du 15 Autos und wenn du es runter reduzierst auf 50 Prozent, dann hast du dementsprechend nur noch 7,5 Autos. Ja, mir geht es darum, wenn jetzt keine Leute in der Stadt wohnen, ob dann trotzdem noch eine Feuerwehr zum Beispiel Feuerwehrautos schicken kann. Auch wenn keiner die Feuerwehrautos fahren kann sozusagen. Weißt du, wie ich es meine? So. Da hinten, äh, über den Ozean rüber ist ein Gebäude abgebrannt, sagt er mir. Muss ich screenen. Äh, ist hier Steam? Warte mal, ich kann ja so streamen. Ne, das ist das. Äh, Screenshot machen. Ja, das hat geklappt. Hinten über den Ozean rüber ist ein Feuer ausgebrochen. Da muss ich jetzt hin. Letzte Woche 131 Passagiere. So, wie weit sind wir an mit der Bildung? 30 Prozent hochgebildet immer noch nur. Wir müssen ja erstmal da hin. Da ist genug Kapazität, da ist auch genug Kapazität. Das heißt, eigentlich dürften sie ja nicht so das Problem haben. Müssen nur hingehen. Ach, wir können ja hier, genau, wir können ja stadtweit sagen, Bildungsschub hier. Genau. So. Hat er sich gemerkt, gut. Schauen wir mal jetzt, was jetzt passiert auf lange Sicht. Natürlich wird es kurzfristig noch nicht zu sehen sein, aber langfristig könnte es natürlich einen positiven Effekt haben. Das Budget wurde natürlich auch erhöht dadurch um 25 Prozent. Also. Ja, ich habe ja die Bildung noch auf 90 Prozent. Das geht ja. Nicht genügend Verkaufswaren. Du, es leben hier keine Leute mehr. Wieso willst du was verkaufen, wenn eh hier niemand lebt? Seid ihr froh, dass es keine Verkaufswaren da sind. Die würden nur vergammeln. Dass euch Arbeiter fehlen, ist übrigens nicht verwunderlich. Ähm, jetzt will ich mal kurz schauen, was steht denn hier, warum Wohnen verlassen? Weil niemand die Verstorbenen abgeholt hat. Naja gut, wenn aber die Friedhofswärter und so alles hier verstorben selbst sind, kann ja keiner mehr abholen. 172 Verstorbene, 111, 195, 127. Ähm, muss das eigentlich genau sieben Friedhöfe sein oder müssen das nur, sozusagen wenn 20 Friedhöfe zu 50 Prozent gefüllt sind, sind das ja mehr als in sieben Friedhöfe reinpasst. Heißt das dann, das reicht für das Monument oder muss da... Ne, das müssen sieben Friedhöfe komplett voll sein. Okay. Da fehlt Sprit, ist klar. Oh, ist schon wieder ein Kabel nicht verbunden. Da ist überall verbunden. Da ist überall verbunden. Hier ist eine Verbindung da. Die haben sich alle selbst verbunden. Na, hier fehlt eine Verbindung, weil ich nie eine Verbindung geschaffen habe. Weil mir das zu gefährlich ist, dass ich da zu viel Bauplatz wegnehme. So, habt ihr eine kleine Verbindung? Euch genauso, aber das verbinde ich jetzt nicht. Oh, ich könnte hier lang gehen. Da klaue ich nicht so viel, ganz so viel Bauplatz. Aber du bist auch nicht verbunden, ne? Hahaha. Oh, bin ich gut. Äh, von hier, hier rüber. So, ihr habt jetzt Strom. Gut. Ich mach wieder Plus an Geld. Das ist wunderbar. Hier ist der freundliche Twitch-Support. Hey, wir sind gerade, äh, 70.000 Leute weggestorben. Cool, oder, Mark? Oh, wir haben ja richtig viele Leute dabei. Und so sieht, so sieht das aus, wenn 70.000 Leute wegsterben. Ja, pro 10.000 Leute, eine Person zu zuschauen. Los, sterbt alle! Oh, Mann. So, wie sieht der Bildungsstand jetzt aus? Wird immer noch nicht besser. Na gut, das muss ich erst nach und nach fangen. Zumal die neu zugezogenen jetzt alle noch ungebildet wahrscheinlich sind. Destruktives LP, na, Monumente freischalten. Und da muss man ja destruktiv sein, weil die anderen hat man ja alle schon freigeschalten. Aber, ähm, ich hab versucht, äh, 300 Servicegebäude zu setzen. Dadurch hab ich so viele Pumpen gesetzt, dass das Wasser hier mal schnell über die, äh, Dingens geschlagen ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich hier auch noch Pumpen hatte, die natürlich wieder Abwasser reingepumpt haben, die 70.000 Leute getötet hat. Das Abwasser. Aber diese Flutwelle, die hier einmal eine Runde rumging um den See, sah auch gut aus vorhin. Also, hauptsächlich um die 300 Dienstleistungsgebäude zusammenzukriegen hier. Moment. Um, das hier, glaub ich, freizuschalten. Weiß ich nicht. Ich glaube. So, was fehlt hier noch? Gewerbegebiet. Industriegebiet. Und, Grundschulenkinder. Die Frithöfe werden wirklich nicht voll. Okay. Das heißt, es müssen wirklich sieben, genau sieben Frithöfe sein, die voll sind. So, das heißt, wir werden mal hier wieder anfangen, Frithöfe leerzumachen. Wieso schreien draußen Kinder jetzt rum? Nur ich sie extra deswegen, das Fenster zu machen, oder was? Hoffentlich aufgenommen. Na, nee, nur bei Twitch aufgenommen. Stimmt! Warum hab ich das nicht aufgenommen? Mist! Hat man das gehört, wie ich mir gerade eine Facepalm gegeben hab? Ja, ja, hat man. Oh, Mann. Ich hab dann hier von der Flutwelle noch einen See gehabt, da hab ich dann auch Punkten hingestellt. Und dann ist mir so aufgefallen, irgendwie ist das ja nicht ganz sauber hier, das Wasser, weil das ja von den Müllverbrennungsanlagen hier drüben auch ein bisschen abkriegt. Ja, viel Spaß beim AFK-Sein. Ähm. Wir hatten auch richtig viele Besucher in unserem Turm der Hohen Zinsen. Drei Besucher und zwei Touristen. Das läuft gut, finde ich. So, wir sehen jetzt Strom und Wasser aus. Strom wird knapp, muss ich wieder höher setzen. Wasser auch. Dann haben wir jetzt wieder Plus. Das heißt, wir können das Ganze ja ein bisschen wieder... Machen wir mal 80 und 90. Müll müssen wir auch wieder auf 100 wahrscheinlich bringen. Und Polizei wahrscheinlich auch wieder auf 80 oder so. Monumente lassen wir erstmal unten. Und Busse können wir ja auch wieder auf 100 machen. So. Gucken, jetzt werden wieder die Einnahmen runtergehen, aber die Bewohner müssten ja langsam wieder hochgehen. Von der Anzahl her. Ich hätte ja fast wieder Bock, noch eine neue Flutwelle hinzubauen. Äh. So eine Runde drehen zu lassen. Das heißt, ich soll das Spiel nochmal laden und dann alle rundherum hier Dinge ins Bauen und wirklich erst wenn alle stehen, dann verbinden sozusagen mit Rohren, dass dann wirklich wieder so eine Flutwelle kommt, die dann noch viel größer ist, dass dann gar nichts mehr im See ist, alles nur in der Stadt verteilt ist. Das wäre ja übel. Wäre auf jeden Fall interessant zu sehen. Ja. Ich kann ja mal ganz kurz testen, während ich jetzt sowieso warte, bis hier irgendwas passiert. Eine Autobahn, ob die sich sinnvoll machen würde. Was bringt eigentlich eine Autobahn mit Lärmschutzwand? Dass die Lärmschutz macht, ist klar. Äh. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Autobahn von hier hier rumziehe, wo es nur 60.000 geht. Ähm. Du musst doch bedenken, dass die Autobahn relativ kurz ist, sag ich mal. Also, dass die nicht so einen großen Umweg macht, weil sonst fahren die trotzdem durch die Stadt durch. Mhm. Na, ich versuche erst mal den Stadtteil hier mit dem da drüben zu verbinden. Warte mal, jetzt muss ich so machen. Ah, geht nicht. So, und jetzt noch in die andere Richtung. Oder wir machen so einen riesen Kreisverkehr. Was? Es sollte klappen. Man kann natürlich auch einen riesen Kreisverkehr machen. Wie krieg ich jetzt den Strom hier rüber verbunden? Vielleicht von hier aus. So. Wer hat da Strom? So, jetzt noch mal in die andere Richtung, wie gesagt. Wie viel Geld haben wir noch? 290.000, aber wir machen 14.000 plus. Oh, wir haben wieder 70.000 Leute. Es sind wieder 30.000 dazugekommen. Sehr schön. Äh, setzt mal doch. Oh Gott, das fäll. Ihr habt da auch ein bisschen Zulaufstau. Wieso fahrt ihr eigentlich nicht? Ach, weil ihr wieder linksabbieger seid oder so. Oh, Mist. Äh, machen wir doch. Hm. Hm. Kostet ja nicht so viel. Ist ja alles okay. Hm. So. Jetzt habt ihr dort auch noch eine Autobahnrichtung sozusagen. Und mal schauen. Ja, die Ersten nutzen das. Haben wir erstmal da eine Umgehungsstraße. Weil vor allem eben der Stau mich gestört hat, wo die von hier aus da rum wollten. Jetzt kommen die aber alle dort lang. Das heißt, dort lang muss ich auch eine Autobahn setzen. Oh Gott. Überhaupt dieser Verkehr hier ist so super. Wahnsinn. Also bauen wir ja auch noch eine Autobahn. Ist ja erstmal testweise. Im richtigen Let's Play können wir es ja dann anders umsetzen. Wenn wir wollen. Wenn ich will. Moment. Das kostet mehr, ne? Ja. Ich glaube, in deinem Zentrum, den großen Stau, den könntest du auch beheben, indem du einfach noch ein paar Querstraßen reinziehst. Zur Mitte hin. Aber Kreuzungen sind ja auch gefährlich eigentlich. Ja, aber die wollen wahrscheinlich, die müssen ja immer, glaube ich, im Kreis fahren, oder? Die müssen ja einmal ringsherum fahren und dann kommen die erst in den nächsten inneren Kreis. Die sollen ja eigentlich gar nicht die Straßen benutzen. Das soll ja eigentlich so eine Art Fußgängerzone mit übelst Bebauung sein. So wie es in normalen Innenstädten ist. Aber naja gut, kannst du ja hier nicht machen. So, nutzen die Diebautobahn wenigstens jetzt in die Richtung? Ja. Weil ich eben diese Richtung hier entlasten will. Und zwar an dieser Stelle und an dieser Stelle. Ich hoffe, das klappt. Schauen wir mal. Ja. Ja. Da lang müssen sie. Und dann könnte ich doch hier jetzt noch eine Abfahrt machen, die hier rüber führt. Fricht hier irgendwie eher so. So, was sagt er dazu? Habt ihr da auch noch eine Verbindung? Braucht er hier nicht so viel lang schicken. Schauen wir mal, ob die das nutzen. Ja, das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis sie es nutzen. Wie sieht das hier aus mit der Bildung? 31% hochgebildet. Sehr schön. Das heißt, gut gebildet fehlt gerade was, oder wie? Ja, da müsste man noch was setzen. Von diesen... Was sind das? Oberschulen. Ähm... Ähm, 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 ähm... Ähm... Hier ist eine... Da sind welche... Da kriegt ihr hier einfach eine reingeballert. Und... Ihr habt zwei hier, aber ihr seid immer noch nicht alle gebildet. Das heißt, hier kriegt ihr noch eine hin. So, da habt ihr auch noch eine. Und... Ja, das müsste jetzt erstmal reichen. Kapazität müsste jetzt genug da sein. Und... Dann hoffe ich mal, dass die Bildung weitergeht. Alle Schritte durchgeht. Unis... Ist auf jeden Fall noch Kapazität da. Davon auch. Wobei ich da das, glaube ich, das Kapital eher hochdrehen würde, damit Kapazität wieder mehr da ist. Dann trinken wir mal einen Schluck Kaffee und genießen das Spektakel. Äh, hier. Was ist denn das für ein Silken-Symbol da? Äh... Ach so, dass die Friedhöfe leer sind. Ah, ich erinnere mich. Das heißt, die kann man jetzt wieder wegrennen. Womit? Nein, wegrennen. Wegräumen. So. Den Innenfriedhof lassen wir da. Es werden auch nur weniger Friedhöfe genutzt. Das heißt, die Friedhöfe werden eher voll. Das war mein Ziel. Ich habe hier noch ein Naschwerk. Da hinten ist noch ein Gebäude aus. Mampf, mampf. Haben Sie gemerkt, dass es in der Stadt ein verlassenes Gebäude gibt? Oh mein Gott. Irgendeiner hat da was nicht ganz gemerkt. Und das bin ich. Also hier kann man sich auch hypnotisieren lassen, wenn man einfach hier so reinguckt. Glaube ich. So. Mach mal weg hier. Ich will mich hypnotisieren lassen. Schwindelig. 21.000 plus. Was kostet so eine Wasserpumpe nochmal? 240 die Woche und es kostet 2500. Das Geld ging ja eigentlich nur runter, weil ich so viele Leute verloren habe und nicht, weil ich die Wasserpumpen hatte. Das heißt, die könnte ich ja theoretisch wieder setzen, um den Seeleer zu pumpen. Das hört sich komisch an, was du da machst. Du hast gerade irgendwas mit deinem Kopfhörer oder so gemacht. Okay, sorry. Wollte ich nicht. Ich habe bloß das Mikro ein bisschen richtig eingestellt, bitte. Ja, kein Problem. Ich habe nur gesagt. So, dann muss ich gleich nochmal aufnehmen. So. Ich drücke mal hier Record. Und er nimmt auf. Das wollte ich nicht. Jetzt verbinden wir erstmal so. Oh, das ist bereits. Achso. Und die jetzt alle in der Richtung anschalten. An. 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 Mary Ann. Mary Ann. Anne. So. Passiert was? Ah, schaukelt. Naja, hier schaukelt es schon ein bisschen. Gucken, ob jetzt das wirklich als Flutwelle sich irgendwo hochschaukelt. Könnte ja zu viel schlagen, mein Projekt. Ich habe das Gefühl, die Flutwelle dreht sich aber schwächer als beim letzten Mal. Ja, das könnte sein, weil die. Oh, hier hinten sind aber nicht welche. Äh, leck das. Gott, das Wöhn hat er das gerade geleckt. Wurde, dass sich das dadurch ein bisschen ausgleicht. Morgen, Bio-Strike. Achso, ich hätte die auch noch anschalten müssen. Achso. Ja, ich kriege die Flutwelle nicht nochmal so hin. Schade. Aber eigentlich immer noch, ja. Das sieht immer noch so gut aus. Auch wenn mal wieder 40.000 Bewohner plus gemacht haben. Die verlassenen Gebäude sprechen für sich. Schauen wir mal. Ja, doch hier schwappt es. Zumindest hier hinten jetzt, wo gerade die wieder neu angeschalten wurden. Aber es hat nicht den Effekt, den es vorhin hatte. Wird das Wasser dreckig, wenn es über dreckig den Boden rüberläuft? Am besten, ich würde jetzt noch ganz viele Abwasserpumpen machen. So. Und dann kann ich das Budget nämlich extrem weit runterstellen und ich brauche es ewig nicht mehr hochdrehen, das Budget. So, müssen jetzt alle Verbindungen haben. Ja. Passt. So, Budget für Wasser. Minimum. Müsste jetzt eigentlich trotzdem noch reichen, hoffe ich. Wasser reicht immer noch nicht. Aber ihr pumpt doch alle. Wie sau. Äh, wieso pumpt ihr nicht? Wöse. Habe ich schon wieder die falschen gesetzt? Ne. Ihr pumpt jetzt, okay. Aber es reicht nicht. Okay. Also muss ich mehr setzen. Dann muss ich noch ein paar mehr setzen. Ist okay. Jetzt verliere ich gleich wieder ein paar hunderttausend, Leute. Oh, da haben die gar keine, irgendeine Seite hier gar keine Verbindung zum Wassernetz. Doch, du hast Verbindung und ihr habt auch Verbindung. Wir können ja sicherheitshalber nochmal hier eine Linie ziehen. Und, naja, hier ist ja Verbindung, sieht man ja. Na, wir ziehen trotzdem nochmal hier so einfach eine Linie lang. So. Jetzt müsste die Abwasser, genau, Klärung wunderbar passen. Es sind nicht so viele wie Zuwasserpumpen, aber Zuwasser ist, glaube ich, irgendwann sowieso vorbei. Spätestens dann, wenn der See leer ist, ne. Ist aber eigentlich die Frage, ob du den Effekt jetzt eigentlich verstärkst, ähm, weil wenn du 200.000 Liter Wasser abpumpst und nur 100.000 wieder zurückpumpst, sag ich mal, ähm... Ich pumpe es ja nicht in den See zurück. Naja, ähm, oder ich meine den Fluss, dann hast du ja eine Differenz von immer noch von 100.000, die du ja eigentlich ausgleichen müsstest. Mhm. Das stimmt allerdings. Äh, Wasserkraft macht immer noch, ein Kraftwerk macht immer noch null Strom. Hm. Na, weil hier keine Strömung ist. Ich hätte bei der Flutwelle vielleicht ein bisschen Strom abfangen sollen. Naja, mach mal nicht wieder aus. Wie sieht die Autobahn und die allgemeine Verkehrssituation aus? Ein bisschen hat es sich gebessert. Die Kreuzung ist immer noch zugestaut, aber hier, die Autobahn wird scheinbar gut genutzt. Da hast du recht. Es scheint zu klappen. Und hier die Umgehungsstraße ist nicht mehr ganz so voll. Okay. Ist zwar noch ein bisschen Verkehr, aber nicht mehr so schlimm. Die Kreuzung ist die schlimmste gerade von allen. Theoretisch müsste ich vermutlich... Die Straße jetzt upgraden. Haben die gerade alle ihre Autos verloren, die da am Rand standen? Ja, die spawnen dann mit der Zeit. Achso. Das ist halt das Problem, wenn du halt einen Verkehrsstau hast und du hast dann einen Müllwagen zum Beispiel. Und der steckt irgendwo fest und kommt nicht weiter, denn die spawnt ja einfach und fährt wieder von vorne los. Also von einer Fabrik los. Und das ist halt immer das Problem, weil die halt zu früh auch sich einordnen. Und das auch um mehrere Ecken. Also da muss man dann auch ein bisschen gucken, wo die überhaupt herkommen und wo die denn hinwollen. Da hat gerade der Bios 3 geschrieben, ich soll den Staudamm eine Weile anlassen. Und dann springt er an. Ja gut. Ich hatte aber ursprünglich, als ich den gebaut habe, hat er ja irgendwie richtig gut Megawatt erzeugt. Und dann irgendwann null, weil keine Strömung mehr da war. Weil die Zupumpen sozusagen jede Strömung aufgehoben haben und die Abwasserpumpen nur Abwasser hier reingepumpt haben. Deswegen war keine Strömung mehr hier. Deswegen hat er die ganze Zeit null produziert gehabt. Und deswegen wollte ich jetzt testen, aber der hat ja immer noch null. Wir warten einfach jetzt mal zwei, drei Wochen. Jetzt wollte ich sowieso mal gucken, wie ist das Bildungsniveau? 37 Prozent. Ah, bald Hammers. Bald Hammers. Wie sieht es denn auch noch gut aus mit den Kapazitäten? Da, wir brauchen mehr Grundschulkapazitäten. Das heißt, jetzt würde ich das Budget wahrscheinlich hochdrehen. Wir haben ja wieder 32.000 plus. Ich drehe es mal auf 110. Dann sind wir erst mal eine Weile auf der sicheren Seite. So. Jetzt haben wir 12.000 hier Kapazität und 23.000 hier Kapazität und 14.000 hier Kapazität. Die ist viel zu viel, aber naja, lieber zu viel als zu wenig. Testen wir mal aus. Testen wir mal aus. Plus machen wir ja noch an Geld. Ich sollte mich mal wieder um verbrannte Gebäude kümmern, glaube ich. Äh, hier. Ich wundere mich jedes Mal, warum Gebäude hier in so einer Waldwirtschaft abbrennen können und dann aber keine Gebäude in der Nachbarschaft abbrennen. Weil es ist doch nur Bäume. Wenn hier die Bäume brennen, rein theoretisch. Wenn die Bäume brennen und niederbrennen, müssten doch die Bäume mit Feuer fangen. Also kann mir keiner erzählen, dass die dann heil bleiben. Ähm, haben wir hier noch Feuer? Da hinten. Ist das hier keine Feuerwehr oder war das, weil die Gebäude verlassen waren und deswegen die Feuerwehr auch keine Arbeit da hatten? Hier brennt es auch noch. Sieht gut aus. Ist das ein Wassertank, der hier brennt? Warte mal. Eiswürfelfabrik. Wenn eine Eiswürfelfabrik brennen kann. Äh, ich... Da mache ich mir schon einen Kopf. Vor allem sieht das nicht nach einer Eiswürfelfabrik aus, muss ich ehrlich sagen. So, haben wir noch brennende Gebäude? Haben Sie bemerkt, dass es in der Stadt ein verlassenes Gebäude gibt? Nein, ich bin blind. Immer noch. Irgendwo abgebrannt. Abgebrannt. Also bei Holzfabriken muss ich wohl nochmal eine Feuerwehr hinsetzen. Wieso fehlt dir Wasser? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ah, immer dieses... Wir haben kein Wassersystem. So. Jetzt hast du Wasser. Wer bist du eigentlich? Das war ein Sportauto. In der Grundschule ist ein Sportauto. Sag mal. Irgendwas geht hier auch schief, oder? Ich fahre auch mit dem Sportauto in die Grundschule. Achso, ist ein Lehrer. Na gut. So gesehen. Hat er ja recht. Äh, ich habe hier irgendwo noch ein verbranntes Gebäude gerade gesehen, aber ich weiß nicht wo. Stromkabel ist nicht angeschlossen, ist mir klar. Hier. Ich habe es. Na. So. Diese verlassene Gebäude ruinieren das ganze Viertel. Dir ist schon aufgefallen, dass das in der ganzen Stadt, nicht nur in dem Viertel so ist. Die werden ja renoviert, wenn neue Leute einziehen. Mensch, ihr müsst damit rechnen, dass wir wieder erstmal die 110 oder 120.000 Einwohner erreichen müssen, die wir vorher hatten. Vorher werden die Gebäude auch nicht bewohnt sein. Wobei die jetzt scheinbar die neuen Gebiete, die neu ausgelegten Gebiete hier besetzen, bevor sie wieder in die alten Häuser reinziehen. Vermutlich, oder habe ich so das Gefühl. Mal gucken. Wie viele Friedhöfe haben wir jetzt voll? Sieht man das irgendwo, wie viele Friedhöfe voll sind? Ich schaue mal nach. Nein, immer noch null. Hier ist keine Strömung mehr, deswegen passiert hier dergleichen nicht. Hier siehst du ja, hier geht die Strömung los, wo die Abwasserpumpen sind. Aber hier ist nirgends Strömung und deswegen... Na gut, hier ist eine ganz leichte Strömung, sehe ich gerade. Aber die kommt nicht beim Staudamm scheinbar an. Der Staudamm ist zu doof. Der will nicht. Hat keine Lust. Der streikt. Ich meine, ich lasse es jetzt erstmal laufen. Im Moment haben wir genug Plus und wir werden nachher wieder eine Million und so haben. Das stört uns das nicht. Und die Stadt ist eh eine Wegschmeißstatt, um Monumente freizuschalten. Aber... An sich, naja. Die Institution auf die Friedhöfe müssen wir noch warten. Grundschulen werden nicht so schnell passieren. Da müssen wir erstmal wieder mehr Einwohner haben. Und Industriegebiete, okay. Industriegebiete, Gewerbegebiete, das haben wir. Und die Bildung der Bevölkerung. Ah, da sind wir auf einem guten Weg. Also hauptsächlich arbeite ich jetzt an dem Gebäude. Hier. Was haben wir hier freigeschalten? Theater der Wunder. Keine Ahnung, was ich dafür brauchte, aber irgendwie habe ich es wohl. Viel ist es ja nicht mehr. Das mit den Gebieten, die man da auslegen muss, das kommt ja mit der Zeit einfach mit einer größeren Stadt. Beziehungsweise muss man dann halt mal extrem in eine Richtung gehen. Grundschulen wird ein Problem noch werden und die Friedhöfe werden noch ein Problem werden. Beziehungsweise Friedhöfe ist einfach nur Zeit abwarten, bis endlich die Friedhöfe voll sind. Friedhofsauslastung 53%. Wo haben wir Friedhöfe? Friedhöfe. Hier. Hier einer. Hier, der ist voll. Das ist mit drei Friedhöfen heilig schon freigeschalten. Der. 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 Also wir haben mehr als sieben noch. Aber nur einen vollen, kann das sein? Verschwinden die irgendwann, die Toten aus den Friedhöfen? Das ist jetzt eine gute Frage, finde ich. Wieso ist eigentlich Zakurak nicht mehr am reden? Ja, ich bin ein bisschen ruhiger. Achso. Sag ich mal. Er braucht ja keine Strömung, weil er ja aufstauen tut und durch seinen Durchlass die Turbinen zum Laufen bringt. Ja, aber du siehst ja, ich habe ja jetzt nicht ausgeschalten, oder so? Der ist ja immer noch auf null Megawatt. Ja, das Problem ist halt, du pumpst halt ein bisschen Wasser raus aus dem See. Immer noch. Ein bisschen Wasser. Wenn ich mir die Pumpen angucke. Wenn du eine Pumpen jetzt wegreißen würdest, dann würde der funktionieren, weil der bis oben hin aufgestaut wird. Ich will den See ja mal herpumpen. Da muss man sich dann entscheiden. Oder du setzt den Stauder um, sag ich mal. Reißt den weg. Sollte ich jetzt nicht machen mit dem ganzen Schmutz sauber Wasser. Hier an der dünnen Linie. Da würde ich mir glaube ich, dass wieder 70.000 Leute töten. Ja. Da würde ich mir erstmal wieder 70.000 Leute töten, so wie vorhin. Ich gucke nochmal Wasser. Okay. Und Abwasser. Äh, Strom. Okay. Strom muss ich vorsichtig sein. Muss ich langsam wieder das Budget ein bisschen erhöhen. So. Der Friedhof voll? Nee. Werden Friedhöfe automatisch irgendwann leer, ohne dass sie freiräumen? Weißt du das? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich leider nicht. Nie drauf geachtet. Ich meine, ich hatte schon drei Friedhöfe voll und jetzt scheinen nicht mehr drei Friedhöfe voll zu sein. Aber du könntest das Budget für die Gesundheitswesen höher schrauben, glaube ich. Das habe ich ja auf 130% immer noch. Das habe ich ja die ganze Zeit so gelassen, weil ich nicht wollte, dass die von dem Schmutzwasser weiterhin betroffen waren. Achso, hier wollte ich eine neue Feuerwehr hinbauen, weil hier scheinbar nicht genug Feuerwehr langkommt. Kann natürlich auch am Verkehr liegen. Grundsätzlich. Aber ich werde mir einfach eine mitten in die Mitte reinpflastern. Wollt ihr eine große? 1440? Ach klar. Kann ich mehr leisten. So, und dann setzen wir noch eine Straße. Okay. Eine Mini-Straße einfach nur für die... Obwohl die Feuerwehr wird die nicht alleine nutzen. Das heißt, ich werde doch eine mittelmäßige Straße setzen. Ähm. So, viel Spaß. Das abgebrannte Gebäude ist noch da. Ja, langsam sind weniger leere Gebäude. Aber hier ist noch richtig viel... Partyhard bei den leeren Gebäuden. Ja, was aber so bei dir ein Hauptproblem ist, ist, dass deine Straßen immer noch zu lang sind. Ich weiß, was du meinst. Das liegt aber grundsätzlich an der grundsätzlichen Stadtkonzeption, dass die Stadtteile alle so weit auseinander liegen. Glaube ich. Oder? Und deswegen muss ich ja irgendwo lange Straßen machen. Nee, das meine ich nicht innerhalb der Stadtkreise sind die Straßen zu lang. Achso. Ohne Kreuzungen. Aber Kreuzungen sind ja wieder neue Stauverursacher. Oder? Ja, die verursacht die Straßen. Also zumindest... Aber das Problem ist, wenn du, sag ich mal, eine lange Straße hast und du setzt in der Mitte eine Feuerwehr und die Straße ist länger als der Einzugskreis, dann fährt die Feuerwehr aus dem Einzugskreis raus und löscht aber nicht. Obwohl die trotzdem lang fährt. Wenn du aber eine Kreuzung hast, dann hat die die Möglichkeit, zu drehen, zu wenden und irgendwie wieder zurückzukommen, sag ich mal. Ich weiß schon, was du meinst. Also, man nutzt das dann halt ein bisschen effektiver. Dann töte ich mal ein paar Gebäude hier. Oh, ja, jetzt ist die Kreuzung direkt nebeneinander. Na, klasse. So, viel Spaß. Ich habe jetzt mal ein paar Linien noch gezogen im Zentrum. Was ja sozusagen eigentlich ein Fußgängerzentrum sein sollte. Her mit den Autos. Ich könnte die LKWs hier ausverbanden aus dem Stadtzentrum. Thema Fußgänger. Fußgängerbrücken kannst du auch noch setzen. Weil, wenn du mal ganz nah heranzoomst an der Kreuzung, dann siehst du, sieht man das auch, dass die Fußgänger und die Straße wechseln. Und wenn du aber eine Fußgängerbrücke baust, dann blockieren die wiederum die Autos nicht. Mhm. Das heißt, bei solchen Sachen, wo zugestaute Straße ist, wo dann daneben eine Uni oder sowas ist, sollte ich vielleicht eine Fußgängerbrücke rüber machen. Ja, genau. Mal gucken. Sehe ich hier auch Fußgänger? Da sind Fußgänger. Ja. Die wollen jetzt bestimmt hier rüber, oder wie? Hey, ich will dich da. Ja, die wollen da rüber. Okay. In dem Moment kommt auch Stau. Hast recht. Aber das sind auch Linksabbieger. Die den Stau weiterhin verursachen. Aber ich könnte... Warte mal. Wie gehen Fußgängerbrücken? Jetzt würde ich das erstmal rausfinden. Ist das hier eine zweispurige Kleinstraße? Nee. Aber hier bei den Parks war die drin, ne? Ja, genau. Pflasterweg. Sie sind für Fußgänger zugänglich. Da macht man aber eine neue Kreuzung, oder wie jetzt? Ach nee. Hä? Und wie verbindet man die dann? Du brauchst hier bloß ein Feld an der Straße heransetzen. Also ein Feld davor, ungefähr. Also so in etwa. Und die nutzen die jetzt. Äh, hier bin ich zu tief. Warum bin ich hier so tief? Aber die nutzen sie. Gut. Die Ecke reicht denen. Ich würde da zwar Angst haben, dass ich runterfalle, aber die Ecke reicht denen. So, und das selber müsste ich jetzt hier auch nochmal machen. Also, wir gehen mal von... Erstmal gehen wir mal ins Höher. Genau. Jetzt versuchen wir mal hier rüber zu setzen. Die machen wir dann Häuser kaputt. Aber das sind nur kleine Häuser. So. Und jetzt muss ich runter. So. Und hier... Ja, da kommt jetzt eine Brücke. Okay, das ist natürlich auch jetzt doof. Hm. Die nutzen die glaube ich jetzt nicht. Nee. Moment. Jetzt steht das unter der Straße. Verstehe ich nicht. So, da habt ihr jetzt. Das heißt, das hier kann ich wegreifen. Komisches Zeug, was ich hier baue. Mann, Mann, Mann. Theoretisch könnte ich doch jetzt auch hier nochmal hier rüber ziehen. Und dort drüben eine Verbindung schaffen, oder? Nee. Macht er nicht. Aber hier rüber. So. So. Weniger Häuser, aber mehr Brücken. Für Fußgänger. Mal gucken, ob die die wirklich nutzen und nicht über die Straße rüber rennen. Da warten zumindest noch welche. Hier läuft jemand? Okay. Also es ist weniger Fußgänger aufkommen. Das heißt nicht, dass gar keine mehr sind. Hier sind doch jede Menge Fußgänger. Aber die finden von hier aus keinen Weg darüber, sehe ich gerade. Okay, da muss ich doch noch was wegreißen. Ähm. So. Wieso hast du jetzt das weggerissen? Mann, ist das hier ein Gepuzzle. Wieso ist hier so ein Mini-Weg? Warte mal so. Jetzt hier hinten lang. Äh. So. Ist das jetzt wirklich verbunden? Ich hoffe. Schwer zu erkennen. Ja, hier scheint jemand zu nutzen. Okay. Wie viele Einwohner haben wir? 104.000. Jetzt gucken wir mal kurz. Strom sieht gut aus. Wasser sieht okay aus. Bildung, wir sind bei 40%. Ah, bald haben wir es erreicht. Hä, die Leute kommen hier rüber? Moment. Die springen hier rüber von einer Brücke auf die andere. Ist ja heftig. Also somit hier immer klettern können. Na ja, hoffen wir mal, dass die Kreuzung ein bisschen entlastet wird. Aber der Stau hier sieht nicht so aus, als wenn es viel entlastet hat. Die Autobahn ist auch schon zugestaut, habe ich so das Gefühl. Hm. Gefällt mir nicht. Ah, ist immer noch alles ein bisschen problematisch. Ja, so eine Sache, das kann man dann nur über einen Kreisverkehr versuchen zu regeln. Ja. Sag ich mal. Das ist richtig. Ähm. So, ist jetzt, äh, jetzt haben wir ja 105.000. Knapp. Hier sind noch ein Haufen Gebäude leer, aber... Kann sich ja noch alles ändern. Wir haben es bald wieder ausgeglichen, unseren ganzen Mist. Und hier brennen die Gebäude nacheinander ab. Da ist bestimmt ein Brandstift da unterwegs. Ich glaube, ich habe gerade eine Latenz von mehr als drei Minuten drinnen oder so. Wieso? Na, ich kriege es ja live mit, wann du sprichst und dann, wann ich das sehe und so einfach. Achso, ja. Musst du mal die Stoppuhr nehmen. Noch irgendwo abgebrannte Gebäude. Da brennt es noch, aber nicht abgebrannt. Du hast ein Müllproblem, aber du als Einziger, da werde ich jetzt nichts, äh, mir jetzt irgendwelche Rippen ausreißen, um für dich das Müllproblem zu lösen alleine. Ah, so, Müll, 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 Müll. Wobei ich vermutlich das Budget für Müll wieder ein bisschen höher stellen müsste. Das hatte ich damals immer bei 120%, glaube ich. Und wir haben jetzt 40.000 plus wieder. Ich werde mal das Wasser ein bisschen wieder hochdrehen. Strom auf 100% setzen. Ja, allgemein muss ich die Budgets mal wieder alle normalisieren. Wir haben ja fast wieder normale Einwohner. Ähm. Die lasse ich aber so. Das ist sowieso mein Fehler gewesen, dass ich die so. Ja, warte mal. U-Bahn. Dass ich die so hoch eingestellt habe, obwohl so wenig Leute das nutzen. Wasser kann man auch auf 70% theoretisch setzen. So, jetzt haben wir wieder wenige Einnahmen, ist klar. Aber müsste jetzt wieder alles besser aussehen. Hm. 41%, ja. Dauert jetzt noch eine Weile, eh wir da wirklich gebildete Leute haben. Die ganzen gebildeten stören. Jetzt haben wir wieder... Achso. Die gebildeten müssen sich weiterbilden. Wo sind hier gebildete, die nicht gut gebildet werden? Hier teilweise. Stimmt, kannst du eigentlich das Monument schon setzen? Das wolltest du eigentlich auch mal machen, ne? Ja, das wollte ich dann im richtigen Spiel setzen. Achso. Ich dachte, du wolltest hier im Stream das nochmal testen, oder? Na, im richtigen Stream würde ich dann alle Monumente und alle Gebäude einmal setzen. Im richtigen Spiel meine ich jetzt bei YouTube. Dann will ich alles mal da haben. Und dann 120.000 Einwohner halten, das wäre jetzt das Problem gewesen, hätte ich jetzt nämlich nicht geschafft. Und dann wäre sozusagen meine Stadt erstmal komplett. Dann würde ich ja nur noch spielen zum Erhalten des Lebens meiner Leute. Und das ist ja jetzt nicht so attraktiv für die Zuschauer vermutlich, deswegen würde ich dann die Stadt als beendet ansehen. Ja, ab 100.000 geht es sowieso nicht mehr so schnell voran. Ich glaube, bis zu 100.000 hatte ich vielleicht zwei Stunden gespielt oder so. Und jetzt sind üblich so bei 160.000 rum und ich glaube, das waren die restlichen zehn Stunden oder so. Bis dahin. Also, ich weiß nicht. Ja, weil man halt immer mehr mit dem Verkehr beschäftigt ist, dann halt auch. Ja, das ist richtig. Und jetzt mit Mods oder so mag ich jetzt auch nicht unbedingt anfangen oder rumhantieren. Da bin ich nicht so. Du hast ja schon bei PA gesehen, dass mich das irgendwann aufgeregt hat. Obwohl er eigentlich ja gar nicht immer an den Mods gelegen hat, ne? Teilweise war es ja an PA selbst, ne? Mhm, mhm, das stimmt. Aber manche Fehler waren durch Mods verursacht worden. Ich könnte eigentlich mal die Aufnahme wieder beenden. Aber bei Skylines muss ich eigentlich sagen, hatte ich jetzt noch keine Probleme. Also ich habe jetzt so über 100 Objekte noch hinzugefügt und... Der Mr. Fierce hatte da immer... Der Mr. Fierce hatte da irgendwelche Probleme gehabt. Der hatte Abstürze gehabt durch irgendwelche Mods-Sachen. Und dann ist natürlich das Problem, welcher Mods hat es verursacht, ne? Ja, das ist dann halt das Problem. Mehr als... Also so im dreistelligen Bereich Mods hast. Von der Anzahl her. Sag mal, ich habe euch doch hier ne... Na gut, die Feuerwehr ist für euch. Muss ich wahrscheinlich auch noch hier in der Mitte ein paar Straßen langziehen. Hast ja recht. Hast ja recht. Ich ziehe euch mal ein paar Straßen lang. Äh, mach mal gleich mittelstarke. Von hier aus brauche ich nicht anfangen. Mach mal es hier so lang. Okay. Aber was zum Beispiel ne coole Mod ist, äh, ist einfach mal, wo du die Ampeln wegmachen kannst. Mhm, mhm. Das macht es natürlich dann bedeutend einfacher. Oder einem ein Verkehrsregel einfügen kannst. Also, die zwei Mods, die sind... Ja. Ideal. Mhm. Ja, aber es gibt auch bei den Mods dann so Bugs, die eben nicht so schnell gefunden wurden von den Moddern. So, der eine Mod, der da dich frei fliegen lässt. Also nicht die Kamera jetzt hier so vom Winkel her so beschränkt, sondern du kannst in alle Richtungen drehen, die Kamera. Und kannst dann auch allen möglichen folgen. Und wenn du dann so einen Zug anklickst... Und, äh, muss ich mal kurz den Zug erwischen. Obwohl du den aus der Karte rausfährst. Ja, genau. Dann kannst du den Zug anwählen. Und dem folgen. Guckst eben aus dem Zug raus. Und dann, wenn er die Karte verlässt, fährst du immer weiter. Immer weiter, immer weiter. Was passiert denn eigentlich? Irgendwann hast du plötzlich, dass dann alles weiß ist. Und dann der Zug nicht mehr geladen ist. Und sozusagen die Welt um dich herum nicht mehr geladen ist. Und sobald du sozusagen den Zug dann abwählst, bist du wieder zurück in deiner Stadt. Aber erstmal folgst du dem Zug sozusagen, bis er im Nichts verschwindet. Das dauert eine ganze Weile. Also länger, als du jetzt so denkst. Weil der wirklich weiterfährt, als du bauen kannst. Wesentlich weiter. Hier schmeißt er mich heraus, sobald er die Stadtgrenze verlässt. Aber mit dem Mod fährst du halt noch ein paar Meter weiter. Oder ein paar hunderttausend. Ja, wie gesagt, das ist ja noch witzig eigentlich. Mhm. Na, dann folgen wir mal so lange, wie wir können, dem Zug. Gucken, fährt er bei der anderen Bahnhof vorbei? Ja. Zehn Passagiere hat er drin. Oh, es warten sogar ein paar Leute. Zwei, drei, acht. Null. Steigen jetzt auch wieder welche ein? Nö. Du fährst wieder zurück? Ach, da hinten. Die warten auf den anderen Zug, oder wie? 126 Passagiere. Cool. Und alle steigen ein. Cool. Das sieht cool aus. Und dann hat er wieder 73. Und die fahren alle weg. Aus der Stadt raus. Ah, jetzt wollen wir mal gucken. Ne, wir können ihm nicht mehr folgen, oder? Ne. Kommst nicht aus der Stadtgrenze raus. Ne. Okay. Aber mit dem Mod ging das. Äh, hier ist aber ein Güterzug, oder? Ja, Güterzug. 40% voll beladen. Interessant. Habe ich auch noch nicht gesehen, dass man das machen kann. Ähm. Wir machen plus. Wir haben so in etwa die Zahl wieder erreicht. Ein Gebäude steht in Flammen. Krankenhausplatz. Ist doch hier so ein Monument, oder? Feuerwehr ist wo? Dort. Das heißt, die kommen nur sehr indirekt dorthin. Das ist Mist. Mal hoffen, dass es überlebt. Gebäude brennt. Äh, Bildung wollte ich gucken. 41%. Die hält sich gerade. Mist. Ich wollte noch mehr Oberschulen bauen. Die haben wir doch noch einen Haufen Oberschulen. Was soll denn, Mist? Wollt ihr nicht in die Oberschulen? Jetzt steigen die Leute erst ein. In den Zug. Ja, ist ja. Ja, ich weiß, die Verzögerung, aber ist ja immerhin. Immerhin steigen sie bei dir auch ein. Nicht, dass sie bei dir gar nicht einsteigen. Ähm. Also hier hinten, ihr seid auch ein bisschen ungebildet, oder? So. Nur für euch. Und erzähl mir nicht, du hast kein Strom. Wasser kann ich verstehen, aber Strom? Okay, Wasser ist auch da. Irgendjemand nicht ans Wassernetz angeschlossen? Ah, sieht alles gut aus. Mhm. Jetzt hängt der Stream gerade, glaube ich. Ist das bei mir? Bei mir? Also bei der Vorschau läuft er noch bei mir. Ich bin damals eigentlich, ich sehe meine Uhr nicht. Ach, da hinten. Ah, so. Sehe ich so. Ich bin mir schon fast anderthalb Stunden. Gibt es hier jetzt eigentlich Multiplayer schon irgendeine Möglichkeit? Nee, ich glaube nicht. Ich hatte vorige Woche mal geguckt, hat. Aber. Ist nicht. Ich glaube, die wollen das auch gar nicht mit einfügen. Das soll so bleiben, wie es ist. Ist jetzt der Dingensplatz hier gelöscht worden? Wo ist er denn? Ich sehe ja nicht durch. Wo bin ich denn jetzt? Hier ist er gewesen, irgendwo. Äh, ja. Ist gelöscht worden. Okay. Krankenhausplatz. Mitten im Industriegebiet. Wo ist er hin? Ist noch nie aufgefallen, dass hier so eine Hügel sind. Hoho. Ja, ein paar Gebäude sind aber noch verlassen. Das stimmt allerdings. Sollte ich die doch vielleicht mal abreißen, so im großen Stil, von wegen, dass da neue sich hinbauen können. Wohl, Bedarf ist ja immer noch null. Also wird auch nichts neues sich hinbauen, vermutlich. Na ja, wenn du die Gebäude wegreißt, das, ähm, erhöht das Ansehen auf jeden Fall. Ja, macht dann Happy People rundherum, aber... Nur die direkten Nachbargebäude. Das heißt aber, wenn da fünf Gebäude nebeneinander leer sind, brauche ich nur die äußersten wegreißen. Ja, riskieren wir es mal, die ganzen Gebäude wegzureißen. Wobei ich dann wieder meinen Bildungsstand senke. Weil dann wieder neue einziehen, die alle ungebildet sind und die erstmal gebildet werden müssen. Oder sich bilden müssen. Oder Einbildung ist auch ne Bildung, ne? Ja, so kommen sie jetzt alle mit ebenem Haufen, sag ich mal. Aber... So lange wie du die verlassene Gebäude hast, ähm... Kommt das ja auch so nach und nach. Also... Irgendwann hast du es ja immer. Was, wieso bist du noch überschwemmt? Hey, warte, 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 hä? Überschwemmung. Äh, wo? Ich sehe hier kein... Oh, das ist das Wasser. Das sind doch Steine, oder? Wieso hast du Überschwemmung? Sag mal, bist du bekloppt. Wieso ist hier ein einzelnes Haus in einem riesigen Wohnensiedlung und das sagt Überschwemmung? An einer Klippe, wo es dann noch steil nach unten geht. Ist hier eine Wasserfütze irgendwo in der Ecke? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du hast keine Parks gebaut. Die solltest du bauen, das hilft auch bei den leeren Gebäuden. Äh, ich hab Parks gebaut, zumindest, äh, ein Stück weit. Und zwar... Na gut, hier nicht. Nee, das stimmt. Und zwar dort, wo sie überall Happy People sein sollten. Aber das sind trotzdem noch leere Gebäude. Ja. Hier siehst du ja. Nee, das war, wie gesagt, weil die alle weggestorben sind. Äh, sind... Also wegen dem Dreckwasser sind die... Ja, alles leer gewesen. Und die ziehen jetzt nach und nach nicht wieder zurück. Weil die waren damals wohl auch nur sehr dünn besiedelt, teilweise die Gebäude, auch wenn es große Gebäude waren. Aber scheinbar... Ich hatte damals 115.000, glaube ich, gehabt. Und die sind jetzt fast wieder erreicht und trotzdem schon ein Haufen Gebäude leer. Also irgendwie verteilen die sich jetzt anders. Keine Ahnung warum. Und mit den Parks? Naja, ich meine, ich könnte hier Parks setzen. Aber hier wollte ich eigentlich nicht so sehr Parks setzen. Aber na gut, dann mache ich das mal. Dann pflaster mal ein paar Parks hin. Hm, da. Das überschwemmte Gebäude mit einem Park versehen. Hä? Kein Bau auf Wasser möglich. Jetzt ist es möglich, jetzt nicht. Jetzt ist es möglich, jetzt nicht. Jetzt ist es möglich, jetzt nicht. Was zur Hölle? Wo ist hier Wasser? Wollt ihr mich gerade rollen? Warte mal. Wasser. Das heißt, theoretisch müsste ich ja irgendwo eine Pumpe hinbauen können. Wasser benötigt. Nee, ist es nicht. Irgendwo muss doch hier Wasser sein. Wasserpumpe direkt neben das Haus. Oh, hier ist... Ach nee, das ist ja Unterwasserpumpe. Immer kurz weg, ja. Bei der Industrie, Parks? Na gut, das habe ich auch mal irgendwo gehört. Aber war auch ein bisschen skeptisch, sage ich mal. Aber dass hier Wasser ist, das... Und da ist Wasser da, und da ist Wasser weg. Da ist Wasser da, und da ist Wasser weg. Wasser da, Wasser weg. Ich bin begeistert. Ich muss das kurz aufnehmen. Wasser da. Wasser weg. Wasser da. Wasser weg. Ich drücke nix. Die sind so bekloppt. Jetzt baue ich mal hin. Und... Sagt der jetzt auch irgendwas von Überschwemmung? Nee. Ich sehe aber auch kein Wasser. Wahrscheinlich hier irgendwie so hin und her oder so. Egal. So. Hier haben wir die ganzen Gebäude weggerissen. Jetzt werden wir mal dort Parks hinbauen, wo... Na gut, dann werde ich mal halt die Parks auch hinbauen, wo die Industrie ist. Aber da nur kleine halt. Will nicht so viele Gebäude wegreißen hier. Das sind Offices. Ich weiß nicht. Zählt das als Industrie, die Parks benötigt? Vermutlich, oder? Ist das schlimm, dass ich immer dieselben Parks hinsetze, oder? Ist das egal. Ah ja. Wollen wir mal sehen. Ach, das ist der Riesenpark. Ach Gott. Kriegt man den hier irgendwo reingeflastert? Hm. Viel Spaß. Okay, also ich kann ja mal denselben nehmen. Würde ich so einen kleineren nehmen, der trotzdem große Reichweite hat. Dann setzen wir noch ein paar Parks. Also Industriebau auch Parks, na gut. Gut. Die Industrie braucht Parks. Das ist echt komisch zu verstehen oder schwer zu begreifen, dass Industrieparks benötigt. Ich muss auf meine Ausgaben achten, nicht dass ich plötzlich paar Millionen an Parks ausgebe jede Woche. Kriegen wir hier irgendwo in dazwischen gequetscht? Ja, da so. So, hier noch. Die Offices wollen Parks haben, sonst sind sie traurig. So, und was ist hier? Das war auch Industrie, wie man sieht. Ja, stimmt. Die Farbe ändert sich auf jeden Fall. Die Frage ist, ob sie da noch trotzdem weiter ausbauen. So, 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 so. Ihr hättet hier noch gerne einen Park. Und hier. Und dann schauen wir jetzt mal bei Bildung. 42 Prozent. Geht an irgendeiner Stelle noch schleppend voran. Wenn ich jetzt bei den Monumenten reingucke, die, die Industrie und keine Ahnung was haben. Das sind sie noch bei 15.000 knapp. Hier war's. Das ist bei 16.000. Bei Gewerbegebieten. Industriegebiete brauche ich aber 30.000, ne? Gottes Willen, wie soll ich die füllen? Moment. Hier ist noch Industrie, hier ist noch Industrie. Dazu zählt nicht die Offices, wenn ich mir recht entsinne. Ne, wahrscheinlich nicht. Hier ist keine Industrie. Naja, das ist das Einzige hier, so diese Felder. Das sind dann 15.000, oder wie? Die, die aktuell belegt sind. Das heißt, die müssten noch mehr bauen, damit dann mehr belegt sind. Aber ich würde wahrscheinlich mit dem aktuellen nicht auf 30.000 kommen. Wieso fehlt hier was? Achso, da waren die Friedhöfe. Ich erinnere mich. So, und dann will er mir hier Gebäude wegreißen lassen, weil abgebrannt und so. Boah, ich kann bald keine Gebäude mehr sehen hier, ey. Ist mir schon wuschig vor den Ohren gerade. Die ganzen leeren Gebäude hier, die Zeichen. Ja, zumindest entstehen keine neuen Lerngebäude, aber die anderen Lerngebäude füllen sich gerade nicht. Ich will mal testen, ob ich ohne wegreißen von Rid of the Gebäude werden könnte. 43%. Na komm, bisschen noch. Bisschen Bildung kriegt er noch. Hier, ihr müsst gebildet werden. Nein. Äh, was habe ich jetzt gemacht? Eine Schule hingesetzt. Na ja gut, habt ihr eine Schule. Takes is cool. Brauchen Industrie auch Schule? Schulen? Ne, ich glaube nicht. Weil die sind ja nicht blau oder rot oder weiß ich was. Aber ihr könntet noch eine Schule vertragen, vermute ich mal. Ja, viel Spaß. Ins verkehrsdichteste Gebiet. Wie sieht unser See aus? Ist er schon leer gepumpt? Nicht ganz. Ja, habe ich schon gesehen, weil die sind ja auch nur weiß und nicht blau oder rot. Das heißt, denen geht es nicht besser, wenn eine Schule in der Nähe ist. Aber der Füllstand des Sees ist schon runtergegangen. Wie sieht der Strom aus? 0 Megawatt. Ne, also der erzeugt keinen Strom. Den schalte ich wieder aus. Kann ich jetzt guten Gewissens sagen, glaube ich. Immerhin eine gute, teure Brücke, die etwas anders aussieht. Und eine gute Trennwand zwischen Abwasser und Zuwasser. So, da hinten ist wer krank. Wollen wir mal hineilen? Aber es ist nur ein Haus. Das heißt, so sehr schlimm kann es nicht sein. Was ist mit dir? Der Boden ist verseucht. Ah, ihr regt euch auf wegen der Industrie und Dingensgebäuden. Müllverbrennungsanlagen, Zeugs. Warte mal, da sollen noch Bäume ein bisschen helfen. Hier habt ihr ein paar Bäume. Vielleicht hilft euch das ein gewisses Maß, ein Stück weit. Achso, haben wir noch eine ganze Reichweite, weil der Zakurak hat gemeint, das hat mal jemand geschafft, den See sozusagen leer zu pumpen und dort eine Stadt reinzubauen. Oder so ein bisschen, so eine kleine Siedlung reinzubauen, so weit leer zu pumpen. Ich weiß nicht, wie weit das so ist und wie das geht und wie er das gemacht hat, derjenige, der es gemacht hat, aber ich habe nur davon gehört, sozusagen. Gibt es hier auch andere Bäume? Ach, die hier. Mal gucken, ob die irgendwas dagegen helfen. So, von den Einwohnerzahlen haben wir die Zahlen wieder erreicht. Nur die Häuser sind trotzdem noch leer. Wahrscheinlich, weil die jetzt in die neuen Gebiete gezogen sind, die nie bewohnt haben. Das sind immer zweispurige Straßen. Ja, vielleicht hat sich es geändert, weiß ich nicht. Ja, ich werde einfach mal weiter pumpen lassen. Vielleicht dauert es seine Zeit oder ich muss dann die Pumpen immer weiter nach innen versetzen oder so. Kann ja auch sein, dass wirklich die Reichweite nicht reicht. Dass es eben mehr Aufwand ist. Ich würde mal eine Feuer... Ja, wir haben aber auch schon einen. Theoretisch müsste das doch gehen. Vielleicht mal hier noch eine hinsetzen daneben. Dann haben wir halt zwei gegenüber. Was ist das hier eigentlich für ein Symbol? Freizeit. Freizeit heißt... Freizeit ist ja noch ein einziger Gebäude, Parks, Plätze, machen Gebiete, haben sie auch umwertvoller Menschen glücklicher beim Platz. Zählen dieser Gebäude, erscheint ein Kreis, aber wir müssen... Ja, ja, gut. Willkommen zurück. Ja, willkommen zurück, genau. Hier ist der Friedhof, der voll ist. Friedhöfe zählen als Freizeiteinrichtung? Ist ja cool. Das heißt, man könnte sogar einen vollen Friedhof behalten, nur um eine Freizeiteinrichtung zu akquirieren oder bereitzustellen. Achso, erklär mal, der Bio-Strike hat gesagt, ich werde den See so nicht leer bekommen. Wie hat derjenige, der da die Stadt reingebaut hat, den See leer bekommen? Hat er dafür Mods benutzt, oder? Nee, der hat keine Mods benutzt. Das ist eine Karte, die kann man sich downloaden. Der hat den See zweigeteilt mit einem Staudamm. Achso, und dann hat er die eine Seite... Und dann... Genau, und die Quelle ist ein bisschen weiter auf der einen Seite des Sees, wenn du das als Kreis betrachtest. Achso. Und dann hat er die andere Seite, wie gesagt, da kam sowieso kein Wasser mehr hin und dann hat er da die Stadt reingebaut. Ah, so. Ach, und mit Pumpen kann man einen Fluss auf jeden Fall leer pumpen. Das geht. Ja, aber den See kriege ich ja nicht leer. Da reichen die Pumpen nicht. Da kann es halt sein, dass die Quelle zu viel Wasser speist, sag ich mal. Ich könnte natürlich versuchen, jetzt mit den ganzen Pumpen mein Budget auf Maximum zu drehen für Wasser, aber... Ich weiß nicht, ob das wirklich gepumpt wird, wenn es nicht verbraucht wird von den Bürgern. Das wäre die Frage. Das ist... Das weiß ich auch nicht so ganz genau. Wie viel Geld wäre denn das? Wir hatten jetzt 45.000 plus. Mal gucken. Wenn es vorher 70% waren mit 26.000, heißt das ja, 150% sind mehr als 52.000. Das heißt, 26.000 mehr, das heißt, wir haben da noch 15.000 plus wahrscheinlich. Schauen wir mal, wie viel dann die Pumpen pumpen können. Ah, doch, hier sieht es schon so aus, als wenn die ganz schön ziehen. Und eine Flutwelle bewegt sich immer... Ja, das Wasser wird weniger jetzt. Wenn man sich hier mal den Staudamm anguckt, auf der Seite ist fast genauso wenig Wasser wie auf der Seite. Es könnte natürlich jetzt sein, dass sich wieder eine neue Flutwelle dadurch auftürmt. Das war jetzt so viel Pumpen auf einmal. Ah, ich muss aufnehmen. Rekord. So. Falls jetzt irgendwas Interessantes passiert. Weil das Wasser sich ganz schön jetzt... Es schlägt ganz schön Wellen. Ich sollte vielleicht den Staudamm mal wieder einschalten und gucken, ob das da sich irgendwie äußert. Weil die Wellenlage dort wird interessant. Auf mittelfristiger Basis. Boah, ich denke, wenn du den Staudamm wegreißt, dann wirst du auf jeden Fall schaffen, den See leer zu pumpen. Aha, weil er auch noch da lang fließt, ist klar. Aber das will ich ja nicht. Ich habe ja Angst, dass ich wieder 80.000 Leute verliere oder so. Das könnte denen gut passieren, ja. Dass die Strömung sich ändert. Ja, die Wellen haben sich wieder ein bisschen beruhigt, aber es ist... Ähm, ja. Als du weg warst, ich weiß nicht, ob das war, als du weg warst, aber ich glaube, als du weg warst, stand hier ein Gebäude, bevor ich den Park hier hingesetzt habe. Das hatte immer angesagt hier Überschwemmung. Und ich habe mich nicht gewundert, hey, Überschwemmung? Da habe ich mal einen Park hingesetzt und dann kamen wir immer wieder aufgepluppt. Kann nicht platziert werden, weil Wasser ist. Und dann ist es wieder weg, dann war es wieder da. Dann war es wieder weg, dann war es wieder da. Ja, also kannst du nicht entscheiden, ob da jetzt Wasser war oder nicht. Ja, dann ist es auch cool. Dann muss man versuchen, da vielleicht eine Straße hinzusetzen und dann... Ne, ich habe einfach dann den Park hingesetzt, als es nicht da stand, dass da Wasser ist. Und jetzt steht da halt der Park. Das heißt, hier irgendwo können sie spielen im Wasser und im Wasserplanschen. Keine Ahnung wo. Also auf jeden Fall rennt hier gerade eine Katze oder ein Hund oder sowas lang hier. Also ein Kleinspringwohnung hingesetzt. Hund wartet. Ja, ich sehe hier zumindest kein Wasser. Wahrscheinlich ist hier auf der Straße jetzt irgendwo Wasser, wo ich es nicht sehe, aber naja gut. Egal. Ja, das kann halt sein, dass das, wo du den Park gesetzt hast, dass sich die Erde ein bisschen hier ebnet hat und dadurch das Wasser abgeflossen ist. Oder beziehungsweise versickert ist. Das ist manchmal... Ist das so. Ja, jetzt sieht der See wieder so übervoll aus. Gerade sah er fast leer aus, jetzt sieht er wieder übervoll aus. Okay, das ist wahrscheinlich wirklich so eine Flutwelle, die sich vor und zurück bewegt im See. Entweder schaukelt sie sich hoch oder nicht. Keine Ahnung. Wir haben nur noch 19.000 Einnahmen durch die ganzen Ausgaben für Wasser. Ist klar. Wie sieht unsere Bildungsgeschichte aus? 44 Prozent. Wir sind auf einem guten Weg. Würde ich mal behaupten. Wie weit geht eigentlich das Schmutzwasser jetzt schon? Sieht man nicht so richtig. Ah, doch, man sieht's. Okay, also der Ozean ist fast auf Sichtweite schwarz. Ist schon mal schön. Ist schon mal sehr schön. So wollte ich das haben. So, ist jetzt hier das mit den Bäumen? Hat das geholfen? Nee. War das hier? Ja. Hat noch nicht viel geholfen. Ach, die brauchen einfach nur nicht so rummeckern, sondern zur Arztpraxis, die direkt nebenan ist, hinlofen. Mann, Mann, Mann. So, ich würde sagen, das mit den Industrie- und Gewerbegebieten werde ich ja jetzt nicht schaffen, vermutlich. Industriegebiete 15 von 30.000. Nee, das dauert noch ewig. Da müsste ich wahrscheinlich wieder die Offices wegschmeißen. Die Bildung sind immer auf dem besten Weg. Und die Gewerbegebiete... Ah, da könnte man vielleicht noch was erreichen. Ein geringer Bedarf ist ja. Aber die Offices zählen, glaube ich, als Industriegebiet dazu. Wennste? Ich glaube, ja. Ja, gut, kann sein. Weil das ist ja eigentlich das hochwertige Industriegebiet. Mhm. Ich weiß schon, was du meinst. Gewerbegebiete. Wenn ich jetzt hier so an den Umgehungsstraßen noch mehr Stau verursache, indem ich da Gewerbegebiete hinzimmere, könnte ich vielleicht... Dann mache ich gering Besiedelte, dann sind sie trotzdem belegt erstmal. Könnte ich vielleicht erreichen, dass ich den Wert erstmal erreiche. Einfach mal hier dazwischen pflastern. Überall, wo noch kein Gewerbegebiet ist, vielleicht erreichen wir es ja. So. Mögen vielleicht nicht happy sein, aber mir geht es darum, dass ich jetzt die Monumente freischalte. Das wäre sowieso eine Weckschmeißwelt dann. Beziehungsweise lade ich wieder den Spielstand, bevor ich hier angefangen habe mit dem Stream. Wenn ich für YouTube weiterspiele. Und... Wo könnte man noch Gewerbegebiete reinzimmern? Hier hinten. So. Überall, wo noch nichts ist, einfach Gewerbegebiete hinmachen. Könnte man das Monument ja eigentlich schaffen, freizuschalten. Ich werde das nie wieder aufgeräumt kriegen. Na gut, denen fehlt dann Wasser. Da muss ich aufpassen. Obwohl, das kann mir ja egal sein. Hauptsache, die sind belegt erstmal mit Gewerbegebieten. Oh nein, ein Gebäude ist abgebrannt. Wie kommt's? Ich habe gerade Paris Hilton gelesen, anstatt Piers Harris. Das heißt, die regen sich wegen Verbrechen auf. Kann das sein? Kriminalitätsrate 5%. Jetzt brauche ich da aber nicht beschweren hier. Das ist ja jetzt nicht wirklich eine große Verbrechensrate. Aber ich finde das gut, dass jetzt hier endlich mal was hingezogen ist. Was fehlt euch? Bodenrechtwert. Na gut. Aber ihr habt doch eigentlich... Es ist ja sogar so eine spezielle Gebäude hier. So, geht's schon besser mit den Gewerbegebieten? 16.800. Okay. Schulbildung 44%. Okay. Naja, das ist jetzt eigentlich Wartezeit, ne? Achso, ich kann ja mit Zeit mal wieder hochdrehen. Gucken, was so passiert. Und wenn ich jetzt hier Monumente setze, dann ist das nicht so schlimm, dass die dann im anderen Spiel nicht verwendet werden können oder so, ne? Das passiert dann nicht. Richtig? Dann setze ich mal hier hinten schon mal noch so ein Teil hin. Was auch immer das ist. Was ist das eigentlich? Äh, Großbibliothek. Okay. Ihr habt dann eine Bibliothek irgendwo hier. War gerade was. Hier. Viel Spaß. Dann seid auch ein bisschen mehr happy und so, hoffentlich. Das haben wir ja noch nicht gebaut. Servicing Services Gebäude. Beziehungsweise Theater der Wunder. Das hört sich auch gut an. Aber das passt nirgends. Das könnte man ja hier drüben hinsetzen, ne? Irgendes Platz für so ne Dinger. Wo bitteschön soll das ein normalsterblicher... Oh, hier. Hinstellen. Wir haben fast hier 120.000. Jetzt habe ich das erreicht, was ich bei YouTube bei den Videos erreichen wollte. 120.000 Einwohner und fast alle Monumente gesetzt. Wie sieht's aus? Wie viel haben wir? 16.875. Es wird wieder weniger. Sag mal. Bildungsstand 45%. Strom ist gut. Wasser ist super. Müllverbrennungsstatus sieht okay aus. Mülldeponieauslastung ist ziemlich hoch. Ja, ich habe auch nur, weil ich alle Gebäude brauchte. Friedhofsauslastung 57%. Ich sehe jetzt auf Anhieb 1, 2, 3 volle Friedhöfe. Und hier ist keiner. Hier ist keiner. Ne. Es sind immer noch nur drei. Wenn nicht mehr. Mist. Feuersicherheit 24% Gefahr. Ähm. Wieso braucht ihr noch mehr Feuerwehr? Ja. Viel Spaß. Keine Nachfrage. Keine Nachfrage. Geringe Nachfrage nach Industrie. Ihr wisst, dass hier noch Industriegebiete sind, oder? Hm. Komische Leute. Ja, ich weiß, dass ich die Friedhöfe lehren lassen kann, aber ich will ja eigentlich sieben Friedhöfe vollkriegen. Darum geht's mir ja. Ich meine, dafür wäre es jetzt Blödsinn, so viele Friedhöfe zu haben, aber der Friedhof wird sowieso nicht mit den Leuten von hier so belegt. Deswegen habe ich sie überall verteilt, die Friedhöfe. Ich will ja die sieben Friedhöfe vollkriegen, damit ich... Das hier freischalte, genau. Das mit dem leeren habe ich ja alles schon gemacht und so. Ich hatte ja ursprünglich gar keine Friedhöfe immer stehen, aber als ich dann gesagt habe, ich will jetzt Monumente freischalten, musste ich ja wieder den Friedhöfe setzen, um das zu nutzen. Diese Abwasserpumpensituation sieht so cool aus. Die machen hier eine eigene Strömung, die nur aus Abwasser besteht. Das ist so lustig. Würden die hier nicht sein, würde der Fluss ja leer sein, weil gar kein Wasser mehr da ankommt. Aber das Abwasser, äh, Abwasser, naja, ersetzt jetzt den Fluss. Hier ist gerade keine Flutwellenbewegung mehr. So. Achso, nee, nicht Industriegebiet, Gewerbegebiet. 17.100. Also im Endeffekt versuche ich gerade, das mit der Bildung und das mit den Gewerbegebieten vollzukriegen, weil die anderen... Das hier ist ein bisschen anderer Aufwand, da muss ich sozusagen ein paar Schritte zurückgehen und dort dann nochmal ansetzen. Und das hier ist einfach nur eine Wartezeit, bis riesengroß meine Stadt ist, dass dann genug Grundschüler da sind überhaupt. Und das hier, wie gesagt, auch nur Wartezeit. Das heißt, die beiden werde ich jetzt nicht angehen. Die beiden, äh, das Ding werde ich vermutlich auch nicht jetzt machen können, dürfen, versuchen. Ähm, das ist sowieso... Zählt nicht als irgendwas, was man braucht, um irgendwas freizuschalten, richtig? Ja, die Dinger benötigen ja andere Sachen. Die benötigen ja hier die Sachen, die noch nicht freigeschalten und gebaut sind. Das hier brauchen sie noch. Für was ist das benötigt? Eden-Projekt. Das hier brauchen sie für Kernfusionskraftwerk. Das brauchen wir für Eden-Projekt und das für Hadron-Collider. Das werden wir nochmal bauen. Ähm, passt das hier irgendwo hin? Viel Spaß. Und ansonsten, was fehlte noch? Jetzt haben wir den Hadron-Collider freigeschalten. Hadron-Collider sind aus der Wissenschaft. Einrichtungen werden verschiedene Forschungsprojekte durchgeführt. Und was wird... Die Einrichtung versorgt alle mit Bildung. Ähm, ich würde sagen, das setze ich mal hin, weil ich ja die Bildung so hoch treiben will. Auch wenn es wahrscheinlich wieder mein Budget um zig Milliarden Prozent runtersetzt. Ähm, wie sieht das gerade aus? Wenn ich das hinsetze, dann versorgt das alles. Das heißt, es muss an einen Verkehrsknotenpunkt gesetzt werden, wo auch noch Platz für Verkehr ist. Ähm. Eigentlich schlecht, oder? Äh, hier. Ach, die Stau-Straße ist ja jetzt schon zugestaut, obwohl die aktuell gerade geht. Wir setzen es einfach mal. Oh, ich habe ein achievement. Yeah! Viel Geld haben wir dafür gerade ausgegeben. So viel, dass wir nicht mehr uns den Weltraumlift leisten können. Heftig. Äh, dir fehlt Wasser und Strom sicherlich. Ist klar. So. So. Jetzt müsste jetzt Strom und Wasser da sein. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt die Bildungssituation noch weiter verbessert. 49 Prozent. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Sehr gut. Gar nicht dran gedacht, dass es ja so ein Gebäude auch noch gibt. 49,5 Prozent. Oha, wir haben es gleich geschafft. 50 Prozent. Yeah! Modern Art Museum. Hm. Was macht das nochmal? So, ist einfach nur, dass es so ein schönes Gebäude ist und so. Ja, habt ihr. Viel Spaß damit. Okay. Und jetzt müsste man hier noch ein anderes bauen können. Was macht das? Nach dem Bau des Kernfusionskopfes macht der Sterne für sie Griffe. Der Vergangenleiter haben sich alle. Ich kann fusionen, bitte die riesige Mengen sauberen Stroms, ohne radioaktive Niederschläge oder andere Weltverschmutzung befürchten zu müssen. Äh. Du hast mal bei Steam geguckt, wie das Safe Game heißt. Genau, von Rubidu ist das. Rubidu, ja. 65 Prozent hoch gebildet. Also, die nutzen ja wirklich die Bildung jetzt für in diesem Teil. Frage ist, wie das Verkehrsaufkommen verteilt wird. Es ist auf jeden Fall in dem Moment wieder mehr Stau geworden, obwohl hier kaum was hinfährt, habe ich so das Gefühl. Ähm, Kernfusionskraftwerk, würde ich sagen, also würde dann ersetzen diesen, dieses Ding hier. Wieso fehlt dir Wasser? Ist doch doof. Ach so. Hohoho. Eine Million. Weg damit. Achievement. Achievement get. Ähm. Ich würde nur sagen, reiß mal das Ding hier weg. So, viel Spaß. Du da brauchst Wasser, ist mir klar. Und Stromkabel. Jetzt haben wir so viel Strom. Wir erzeugen 17.000 Megawatt Strom und verbrauchen gerade mal 1.200 Megawatt. Oh. Wie viel kostest du? Wir haben gerade, wir machen pro... Was zur Hölle? Wie machen wir so viel Plus? Äh, bitte mal das Budget auflisten. Wieso machen wir plötzlich so viel Plus? Wieso machen wir plötzlich so viel Plus? 80.000 Plus? Wie geht das? Bürgertouristen? Wie kann es sein, dass wir 80.000 Plus machen? Äh, ist ja heftig. Hast du zufällig gerade an, äh, an den Stadtregeln was hier ändert? Äh, nee. Weil, äh, du kannst zum Beispiel gewisse Regeln für Industrie abstellen. Da kriegst du auch ein enormes Plus, weil die mehr verkaufen. Aha. Aber 80.000 Plus? Ohne, dass hier irgendwas... Also irgendwas müssen die Gebäude doch positiv machen. Ich hab immer da gedacht hier, oh, ich geb 8.000 aus, was soll denn der Mist? Aber, das ist ja Wahnsinn. Die Bildung macht das bestimmt. Dass sie jetzt alle Häuser weiterentwickeln, weil sie jetzt, äh, sozusagen... Ich brauch ja keine Grundschulen und überhaupt Schulen mehr. Oder was? Ach nee, das war nicht das Bild... Doch, das war die Bildung, genau. Ich hab ja Kapazitäten für eine Million, äh, Schüler. Auf jeder Stufe. Und du ziehst auch mehr, mehr Touristen an. Ja, 100.000 Plus Hilfe. Oh, das muss ich mir merken. So, wir haben noch nicht gebaut, das medizinische Zentrum, Institut, Dingens hier. Das setz ich auch mal hin. Oh Gott, der Stau hier. Hier setz ich's nicht hin. Ich setz das mal hier irgendwo hin. Yeah, Sanitäter. Sanitöter. Und dann fehlt noch der Weltraumlift für die, für die... Das muss ich... Den Weltraumlift muss ich direkt neben dem Flughafen setzen, wahrscheinlich. Heftig. 103.000 Plus. Trotzdem ich gerade dieses Teil hier, das medizinische Teil hier gebaut hab. What the fuck. Ich werd reich. Hier haben wir noch... Dieses Gebäude, das können wir irgendwo in die Industrie reinballern. Äh, in die Offices. Wenn's drin passt. Ah, passt nicht. Mist. Mist. Ist groß. Gefälle zu steil. Was ist das? Sei nicht so gefällig. Äh, was? Strom hast du, Wasser nicht. Okay. Gut. Das haben wir gebaut. Wie viel... Äh... Gewerbegebiete haben wir noch nicht genug. Offizieller Park fehlt noch. Viel Spaß. Na, die braucht man nicht, wie gesagt. Das wäre nur noch ein Gebäude, was fehlt. Und das ist das mit den Gewerbegebieten. Deswegen hab ich überall Gewerbegebiete ausgelegt. Damit ich das noch freischalte. Ähm... Wie viel kostet das Ding? 1,5 Millionen. 105.000 mach mal plus. Ich drimme... Ne, die Zeit ist ja noch schnell gedreht. Das heißt, im Moment ist warten angesagt, bis wir genug Geld haben, um uns das zu leisten. Das sieht so... Äh... Nicht reell aus. Wie viel Plus wir hier machen pro Woche? Das sieht so... Falsch aus. Wasser, Strom... Müll. Ich kann eigentlich allen möglichen Scheiß so rausschalten, ne? Hm. Naja, Parks fehlen noch ein paar, aber das ist ja jetzt nicht das, was irgendwas jetzt umreißt. Ihr habt noch jede Menge Platz für Gewerbe. Also, platziert euch. Ihr habt doch gerade Bedürfnis nach Gewerbegebieten. Strengt euch an hier, Mädels. Neudorf statt Hausen ist extra für euch da. Ihr Gewerbetreibenden. Vielleicht sollte ich doch noch ein paar Parks hinsetzen. Ich werde mal noch ein paar Parks hinpflastern. Ähm... Der war mittelgroß. Der war relativ klein. Dann pflaster ich noch überall, wo nicht ganz grün ist, Parks hin. Und dann hoffen wir mal, dass das reicht, um genug Gewerbetreibende in die Nähe zumindest zu locken. Habe ich jetzt gerade wieder irgendein Achievement gekriegt? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Kannst du mal gleich im Stream gucken, ob du gerade irgendein Achievement rechts unten siehst. Ja, euch fehlen noch Parks, das ist klar. Boah, man hört sie überall upgraden. Blum, 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 blum. Ich weiß nicht, wie laut das bei euch ist, aber... Ich habe sie runtergestellt, weil es manchmal so laut ist. Aber es ist interessant zu hören. Ich weiß nicht, ob ich Deutsch ist. Ich bin super gut. Hm, wie weit sind wir? Hm, knappe 18.000 ist dort, wohl noch ein Moment. Äh, Geld haben wir auch noch nicht genug. Aber wir sind auf dem besten Wege, das ist schon mal gut. Ja, ich krieg dich nicht abgewählt, so. Ich werde jetzt auch mal die leeren Gebäude wegreißen, doch. Doch noch. Dass wir dann neue besiedeln können, die dann vielleicht wieder... Also ich nehme auf jeden Fall viele Informationen für die YouTube-Serie mit, wie ich das nutzen kann. Also ich hatte ja mal Angst, diese großen monumentalen Dinger hier zu bauen. Weil die so viel kosten und ich nicht weiß, wie effizient das ist. Aber wenn ich jetzt sehe, dass ich dann dadurch plötzlich so eine übelsten Einnahmen habe... Und vor allem, ich nutze ja noch nicht mal das volle Potenzial, diese ganzen Einsparungen, dadurch, dass ich jetzt so schulen und sowas wegreißen kann. Das ist ja noch eine ganz andere Sache, theoretisch. Und die ich noch gar nicht mit dabei berechnet habe und hier nutze. Das heißt, ich nutze das Potenzial da gar nicht voll aus. Nein, ich habe die Straße weggerissen. Zu schnell geklickt. Oh Mann. Ach, war doch das Fertig. Äh. Hm, das sieht man so schlecht. Da drehen sich ja sogar hier oben die... ...Belüftungen unterschiedlich. Schnell. Cool. Hat mir gerade aufgefallen. Hat mir noch nie aufgefallen. Ähm... Da ist noch was. Da. 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 Und hier. Da. 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 kaputte Gebäude, leere Gebäude jetzt bin ich gespannt, wenn ich jetzt gleich mal auf mein Bildungsniveau gucke wie viel plötzlich hochgebildet davon sind was vorher gar nicht die Möglichkeit war wegen den verteilten Schulen was ja jetzt plötzlich so extrem einfach ist wie sieht das jetzt aus? 18.100 so, wie sieht das Bildungsniveau aus? 72% hochgebildet das ging so schnell, als ich das Ding gebaut habe echt nicht normal oh, wir können das Ding bauen hier, den Weltraumlift der muss wie gesagt in die Nähe vom Flughafen in der Nähe vom Flughafen war ja glaube ich auch ein normaler Hafen oder zumindest ein Bahnhof wenn ich das also hier hin platziere wie viel kostet das Ding? Unterhalt 16.000 129.000 mal gucken, ob das nachher wieder trotzdem hochgeht Achievement Get Yay Zerkorak ist gemutet warum ist er denn gemutet die ganze Zeit und Geld ging erstmal runter, ist klar jetzt will ich mal gucken, ob sie denn den Weltraumlüften nutzen apropos ich sehe gerade Friedhöfe werden immer mehr voll das heißt, ich muss bald anfangen Verbrennungsanlagen hin zu platzieren glaube ich na hier nicht, weil das ist die Einbahnstraße ins nichts achso, ich muss die ganze Zeit husten naja dann wünsche ich dir dabei viel Spaß So, ich hoffe das bringt euch was diese Verbrennungsanlage hier hinten aber eigentlich wollte ich ja auch, dass ihr die Friedhöfe füllt wegen Gebäude und so Wir haben kein Okay, also dieses Monument sollte man nicht netzen äh, setzen netzen wenn man dieses Ding noch freischalten will Was ist mit dem Schiff? Ich muss aufnehmen Was ist mit dem Schiff los? Das ist gerade über Land gefahren Das Schiff ist ja geil Habt ihr das gesehen? Das Schiff ist über Land gefahren Heftig Das ist ein Hoverkraft oder so Was machen die beiden Schiffe jetzt hier? Blöd rumstehen? Jetzt fährst du los und das andere ist verschwunden im Nichts Seltsam Seltsame Teile Der See sieht noch okay aus Ja Die Pumpen pumpen nicht genug um da irgendwas rauszupumpen Wasser sieht okay aus Strom muss okay aussehen Wir haben ja dieses Riesenteil Ich kann eigentlich alles andere was Strom angeht wegreißen Ähm, Müll Deponie Verbrennungsstatus ist okay Friedhofsauslastung wie gesagt ein bisschen problematisch Gesundheitsstatus muss top sein weil wir dieses super Krankenhaus gesetzt haben Feuersicherheit Gibt es irgendein Monument oder so ein Teil was hier Feuerschutz macht? Jeden Projekt Hm, scheinbar nicht 18.400 Ah, wir haben es bald Also wenn wir das dann geschafft haben würde ich sagen ich gehe dann zum nächsten Spiel über wird ja wahrscheinlich noch eine Viertelstunde dauern über 20 Minuten oder so Und das wird vermutlich erst mal GTA sein Mal gucken wie lange ich da Spaß dran habe Und wer dann mitmachen will Also circa irgendwann nach halb vor drei Viertel Vielleicht werde ich auch mal kurz dann Pause machen um mir was zu essen zu holen obwohl ich habe ja noch Knappereien jede Menge Und Ja, dann würde ich wie gesagt GTA Online spielen Da würde der Zakurak auf jeden Fall mitmachen Wer noch mitmachen will kann auch mitmachen Und Dann überlege ich mal ob ich noch ein anderes Spiel hinten ran hänge Wenn ich keine Lust mehr hätte irgendwann Muss ich mir aber noch alles überlegen Alles relativ offen Na kommt ihr Gewerbetreibenden Wieso haben wir hier so viele Toten Die Friedhöfe sind nicht voll Warum sterben hier so viele Hier wohnen null Leute Aber es müssen Verstorbene abtransporten Hä? Hä? Und du hast irgendeinen Schleim gefunden in deinem Garten Achso, hier Das ist die Ecke Ja, ist klar Okay Der Stau könnte einiges verursachen Was wir Hier für Totenprobleme und dergleichen haben Das könnte ein großer Faktor sein Weil hier fahren Haufen Leichenwagen rum Im Kreis Der Kreisverkehr ist ein großes Problem Wie es aussieht Danke du Ich sehe wie er auf den Notruf reagiert Ich meine Ihr habt hier eine Spur zum Langfahren Ihr seid Krankenwagen Ihr könnt sowas nutzen Ich habe das Gefühl Dieser Kreisverkehr ist tot Wenn ich dir nicht um Steht das System hier nicht Wenn ich jetzt so Sagen wir mal Eine Abfahrt Von hier aus startend Hier lang treibe Ist hier eine Ampel entstanden? Nein Jetzt hier rauf ziehe Wie? Wirkt sich das auf den Kreisverkehr aus? Ich hoffe der schafft ein bisschen Ausgleich Meinst du so hier? Oder meinst du von hier nach Weiß ich wohin? Ich kann natürlich einfach von hier aus Eine Brücke starten Die erst wieder Im Mittelpunkt endet Ich meine Das Hauptproblem ist die Richtung Zum Kreisverkehr hin Was haltet ihr davon? So wieder da Schön schön Einfach ein Kreuz aus Brücken In der Mitte bauen Von dem Kreisverkehr Du meinst einfach hier gerade rüber Aber Da würden ja Ampeln entstehen Wenn ich da normale Straßen hin mache Das ist ja das Man braucht ja Einbahnstraßen Damit keine Ampeln entstehen Also wenn ich jetzt hier Eine ansetzen würde Ich weiß du siehst Das hast du in drei Minuten oder so Wenn ich jetzt hier Von hier aus anfangen würde Würde eine Ampel entstehen An der Stelle Und das ist ja noch schlimmer Als es jetzt schon ist Hm Ja du müsstest Die erste Brücke Von Äh Eine Stufe hochbauen Und dann in Richtung Autobahn ziehen So mit einer leichten Kurve Und dann Die andere Brücke Ähm Müsstest du zwei Stufen hochbauen Mhm Es gibt ja leider noch keine Tunnel Das ist ja das Mhm Die dann halt quer rüber Auf die andere Seite geht Warte mal Ich will mal kurz testen Ich kann ja wieder wegreißen Zur Not Wenn ich jetzt eine Einbahn Straßen Autobahn Dingens Mit Leitplanken am besten Von hier aus Hier durchjage Ich komme doch hier irgendwo durch Weil Hier drunter doch die Säulen Nicht durchgehend sind Ja Das heißt theoretisch Müsste ich ja da durchkommen Die Bahnsäulen sind noch da Ein Problem Gott ist das ein Geplärre von den Viechern Ich komme hier nicht durch Rauszoomen Ich kann die Sirenen nicht mehr hören Ist ja schrecklich Ähm Hier komme ich nicht ran Aber ich stoße immer an dieses Teil da ran Was machen wir jetzt Wenn ich jetzt sagen wir mal Die Straße hier so ran führe Ist hier irgendwo eine Ampel entstanden? Ja Da ist eine Ampel jetzt Psst Wirklich Weil das hier Linksabbieger sind Wieso haben die eine Rechtsabbiegerspur Wenn noch gar nicht nach rechts geht? Achso Wegen geradeaus Das zählt als rechts Würde jetzt das irgendwas lösen? Mal kurz schauen Ist hier eine Ampel entstanden? Ne hier ist keine Ampel entstanden Ist das eigentlich eine Autobahn? Das was ich jetzt gerade gesetzt Kreisverkehr oder? Ja ja das ist eine Autobahn Kreisverkehr Jetzt habe ich das hier plötzlich entlastet Durch die Straße Der Kreisverkehr geht plötzlich Nur die Zufahrtsstraßen zum Kreisverkehr Sind noch ein bisschen übertrieben belastet Ähm Dann versuche ich mal ganz kurz Ja du hast dich jetzt gezwungen Die Straßenseite zu wechseln Weil du noch eine Ampelkaufspur nach links gezogen hast Und nicht zwei Spuren geradeaus wahrscheinlich Wieso ist der Hauptplatz? Achso wegen der blöden Schiene Ähm Übertreiben wir mal ein bisschen mit dem Geld ausgeben Da Da ist der Park im Weg Was ein Mist Wir sind jetzt schon wieder im Weg Hm Muss hier jetzt ganz komisch gehen Ich hatte da gerade eine Stelle die funktionierte So Was hat man davon? Jetzt habt ihr eine ganz seltsame Straße Die sieht super aus Vielleicht macht die irgendwo einen Verkehrsausgleich schaffen Unter Umständen Hier auf dem Holz LKWs Horst Holzwaren 100% Ladung Und nutzen schon welche Straße? Noch nicht wirklich Mist Ja Ja sind die Ecken noch zugestaut Ihr kriegt eure Toten nicht los Ich seh's Hm Ja das mit den Grundschulen kann ich nicht mehr kriegen Durch das andere Gebäude da Muss ich dran denken Um das Ding freizuschalten Um das Ding freizuschalten Muss ich Vorher die Grundschulen füllen 67% Wär doch mal alle voll hier Sauf doch mal genug Mädels Nicht wirklich Nicht wirklich oder Da hat einer was falsches geraucht hier auf dem Flughafen Schon wieder aus das Feuer? Cool Da war die Feuerwehr Aber schnell da Cool Also hier gibt's kein Verkehrsproblem Ich will grad gucken ob man hier irgendwas sieht beim Weltraumlift Nö sieht man nix Wenn der mal brennt hier so ein riesen Feuer bis hier hoch Bediente Passagiere letzte Woche 6 Daneben steht ein Weltraumlift Ich denke es zieht Touristen an Hm Echt seltsam Wie sieht der Bahnhof aus? Bediente Passagiere 83 Sind die denn überhaupt hier rein um gebildet zu werden Oder werden die einfach überall gebildet? Du bist da reingegangen Okay Aber hier kommen gar keine Leute an Ja und du musst ne Bushaltestelle davor setzen Dass die Leute auch da hinkommen Nicht mit nem Auto? Ja Die Parkplätze sind ja begrenzt Sag ich mal Stimmt ich hab mich ja überhaupt nicht mehr um sowas gekümmert Äh Es ist ne Bushaltestelle in der Nähe Also auf der anderen Straßenseite Vielleicht könntest du denn noch ne U-Bahn-Station hinsetzen und Ist auch direkt in der Nähe Auf der gleichen Straßenseite Also öffentliche Verkehrsmittel sind alle in der Nähe am Halten Nur nicht direkt dort Aber ganz nah dran Sozusagen Ungerechnet so vielleicht 50 bis 100 Meter weiter Du könntest auch vielleicht noch ne zweite Busstation einbauen Dass du da ein bisschen zur Verfügung hast Ich hab zwei 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 Hier eins Und zwei Busse in Verwendung 57 Busse in Verwendung 37 Das ist alles erstmal okay Ähm Nein es sind schon wieder Haufen leere Gebäude Habe ich die nicht alle mal weggerissen gehabt Warum seid ihr Achso wegen den ganzen Toten seid ihr leer Wieso sterben schon wieder so viele Ist hier schon wieder irgendwas mit dem Wasser ein Problem Warum sind hier tote Leute Ich sehe hier tote Menschen Aber ich weiß nicht warum Mülldeponieauslastung 98% Könnte ich eigentlich auch wieder ausleeren Machen wir mal die Mülldeponie Hier Die leere ich mal aus Ähm Friedhöfsauslastung 68% Aber eigentlich müssten Ne die Krematorien können nicht mehr genug verbrennen Aber das sollte doch eigentlich die Friedhöfe füllen Warum werden die nicht gefüllt Ich setz mal mehr Krematorium überall dort wo Leute nicht Weggeschafft werden Also tote jetzt Und dann hoffe ich mal Dass das ein bisschen hilft Kurzfristig Und mittelfristig Äh Sollten ja hoffentlich die Friedhöfe irgendwann mal voll werden Hier waren auch so ein Haufen tote Wer hat da Hm Hier hinten vielleicht noch ein paar Ich glaube nämlich hier hinten fehlt ein bisschen was Von solchen Sachen her Also wenn sie jetzt noch nicht reicht Dann will sie auch nicht weiter Oh Ist ja eigentlich recht gut verteilt Und ich denke nicht dass die Industrie jetzt so viele Äh Ja hier Totenverbrennungsanlagen braucht Gott Das sind überall die Lerngebäude Machen wir noch 1000 Äh Leute minus pro Woche 1300 Sollte ich vielleicht mehr Krankenhäuser setzen Könnt das sein Dass die Toten sind Weil sie wieder nicht Nicht gesund werden Obwohl ich hab doch dieses Ding Was da insgesamt alles Krankenhaus mäßiges versorgt Oder Oder war das das noch Was ich freischalten musste Ne Das hab ich doch Okay Also das klappt nicht ganz Irgendwas haut da noch nicht hin Äh Wie sieht das jetzt hier aus Wie weit sind wir Ach Wir haben immer noch nicht die 19.000 überquert Ich Ach Mensch Strengt euch mal an Mädels Ja doch Ich würde sagen Ich speichere jetzt Das wäre jetzt nur noch Wartezeit Das kann ich auch auf Kamera Sozusagen warten lassen Oder Und dann zusammenschneiden Als vielfache Geschwindigkeit oder so Und Dann würde ich sagen Jetzt werden wir mit City Skylines Äh City Skylines aufhören Und dafür GTA Online Spielen Ich muss noch testen Wie gut das mit dem Stream läuft Ob das überhaupt klappt Ob das geht Ob das sich streamen lässt Aber wir werden Gemeinsams rausfinden Und dann können wir gemeinsam spielen Gut Also Erstmal speichern Nicht auf dem Speicherstand Stream Ups Die 5 Taste da drüben ist ein Screenshot Ich weiß Ähm Speichern Und dann Und dann Halte 4 drücken Ich glaube es hat Keine Ars Video gesehen Irgendwie nicht Das Video Das Bild kann man speichern Dann